Schön, dass ihr alle schon wach seid, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute, denke ich, einiges tatsächlich zu tun, denn wir, ähm, äh, was hat denn das denn jetzt hier? Das ist denn hier ein Stacheldraht, ey, lassen Sie das hier mal. Ähm, wie ihr bereits den Titel vielleicht entnommen habt, wollen wir uns heute eventuell vom Stargate verabschieden. Ähm, da müssen wir mal gucken, Leute. Wir machen gleich mal eine Abstimmung, wir warten, bis ein paar mehr Leute da sind. Der Stream läuft erst eine Minute. Erstes Mitglied, Mr. Kedek, guten Morgen. Brauchst du noch Moderatoren? Ja, schon, ähm, aber müssen wir mal gucken. Kann ich dir jetzt hier, muss man ein bisschen hier, Livestream ist immer, äh, Performance-heavy, ey, so. Und Patchy auch mit der Mitgliedschaft, herzlich willkommen. So. Also. Eine Spende. Äh, ich würde sagen, wir machen mal, äh, na, wir warten noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen, bis mehr Leute da sind. Wir können mal pennen, dass der Tag wieder wird. Ähm, und da machen wir mal ein Voting. Äh, was, ähm, was wir mit dem Haus, also mit dem Stargate machen. Warte mal hier. Hier fehlen Falltüren. Oder gegrieft. Warte mal. Ich muss auch erst mal mein Inventar aufräumen, Alter. Guck dich das mal an. Äh, Herr Frode mit der Mitgliedschaft und Serra Ora mit der Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Aber der Umfrage ist noch nicht. Da, äh, machen wir gleich. Ähm, so, ich muss erst mal hier, das muss hier rein. Zehn Euro von Maxi. Vielen lieben Dank, ey. Grüße gehen raus, mein Lieber. Und Leonard mit der Mitgliedschaft. Auch herzlich willkommen. Am Anfang ist es immer heftig. Am Anfang geht es immer ab, Leute. So, das tun wir da rein. Dann awesome Elina-Fan mit der Mitgliedschaft. Kuss, 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 kuss. So, äh, so, warte mal. Wir könnten eigentlich mal, na, der weiß ich den Namen jetzt nicht auswendig. Wir können aber schon mal die Puppe hier hinstellen für Vladimiro, Alter. Ähm, da muss ich es immer später nochmal. So, Claudia Götz mit der Mitgliedschaft. Hallöchen. Zwillingskanal mit der Spende und Gaming Gear G mit der Spende. Vielen lieben Dank, meine Rabotten. So, äh, das machen wir. Das brauchen wir. Äh, warte. So, Redstone brauchen wir nicht. Ähm, Eisen brauchen wir nicht. Dann Zerstörungstool kommt hier. Eine Spende! Oh, warum war das plötzlich so laut? Alter, ich dachte kurz, Elina hat es wirklich gesagt. Hä, warum war das? Eine Spende! Äh, warum ist das plötzlich so laut? Luca mit 20 Schweizer Franken, vielen lieben Dank. Travis mit einem Euro, vielen lieben Dank. Ähm, und Luca, ah nee, das habe ich gerade schon vorgesehen. Ja, Luca, vielen lieben Dank, 20 Schweizer Franken. Aber warum war dieses, eine Spende plötzlich so brutal laut, Alter? Ist fast das Ohr weggeflogen, Leute. Ich habe meine Haustiere nicht wieder, also das Projekt geht weiter, ey. Da müssen wir uns heute auch drum kümmern. Ich habe verschiedenste Baustellen, die wir heute angehen wollen. Aber als allererstes, äh, ey, das musst du ja mal, ich muss ja mal. Bottle Flipper mit zwei Euro, Jan ist mit einem Euro. Also, ich muss ja kurz gucken. Liebe Grüße an Fabio, das ist der Bottle Flipper, nämlich. Ich muss erst mal gucken, Alter. Äh, wie laut, äh, also wie laut jetzt dieses Spenden-Dinge nochmal ist. Weil wenn das jetzt hier gleich, äh, Tigger, dieses 7D-Laut, das war brutalst laut, Alter. Ich glaube, das ist bei Spenden-Laut und bei Mitgliedern nicht. Irgendwie so, glaube ich. So, warte mal, ich muss ja nochmal, zack, zack. Äh, Dino-Gang mit zwei Schweizer Franken und Emily mit der Mitgliedschaft. So, äh, wartet, wartet, äh, das können wir hier reinpacken. Das ist wieder leise, Maxiki mit einem Euro, Niceball mit der Mitgliedschaft, Duma mit einem Euro, ey, rastet ja wieder komplett aus, Alter. Das ist ja, geht ja auch alles viel zu schnell. Luca mit 100, hä? Höh, Bruder Luca, jetzt aber Donation-Verbot. Das ist zu viel, Bruder, 100? Zieh mal lieber zurück, sage ich dir, wie es ist, ey. Also, vielen lieben Dank, so ist es jetzt nicht, ne? Aber da musst du ein Rückzieher, also da machst du, also weißt du, was ich weine. Äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Aber bin dir nicht sauer, wenn du es zurückziehst, sage ich dir ehrlich. So, ähm, okay, wir machen hier. So, ich würde sagen, wir sind jetzt genug Astrid mit der Verschenken-Mitgliedschaft. Wir sind jetzt genug, wir machen eine Umfrage, meine Freunde. Äh, seht ihr im Chat, Umfrage im Chat, also jetzt noch nicht, ich starte sie jetzt gleich. Was mit Stargate machen? So, wir machen entweder, äh, also ich kann, hä, das muss ja oder nein sein? Oder was, nee? Abreißen und richtiges, richtiges Haus bauen oder stehen lassen. So, was machen wir mit dem Stargate? Wollen wir es abreißen und stattdessen ein richtiges Haus bauen oder wollen wir es stehen lassen? Umfrage startet jetzt. So, du mal nochmal mit einem weiteren Euro, Timeout mit der Mitgliedschaft. Äh, ja, genau. So, da bin ich mal gespannt, was sie jetzt sagt hier wirklich. Jennifer mit dem Euro, oder? Guck, guck, guck. Kannst du jeden Sonntag streamen? Ah, 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 weiß ich nicht. So, Voting läuft, Leute. 74 Prozent für Abreißen, das ist deutlich. Fünf Euro von Thomon, HD, dankeschön, mein Guder. Wo anders hinbauen? Ja, ich hab da schon, also wenn wir es abreißen, dann, ähm, dann, also wir bauen, werden es auf jeden Fall nochmal neu bauen, glaube ich. Aber das ist hier, also ich find's schon geil. Problem ist, dass das so viel von meinem, äh, Grundstück wegnimmt, dass ich hier eigentlich gar nicht die Möglichkeit hab, großartig ein Haus zu bauen. Die Lava-Farm können wir, also, naja, die war aber so viel Arbeit, ey. Aber ich, also, ich brauch ja eigentlich kein Obsidian mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber wir könnten eigentlich mal, wartet mal, ähm, wir könnten eigentlich mal ein bisschen Obsidian da noch fahren, ne. Ich hab ja das hier nicht ohne Grund gebaut. 40 Schweizer Franken von Luca Basilico, ey. Boah. Vielen lieben Dank, mein Guter. Das ist wirklich sehr großzügig. Ich würde sogar sagen, zu großzügig. Aber die Schweizer wieder, ey. Die Schweizer. Warte, wir lassen das alles liegen, ist nicht schlimm. So, okay. Kurz die Lava. Äh, Sandy Diamond mit 12 Euro. Wir lieben da Gaurat nicht, natürlich. Sehr korrekt. Sollen wir mal die ganze Lava mal hier rein. Dann starten wir die. Bupp. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Hab sie schon länger nicht mehr benutzt. Jacqueline mit der Mitgliedschaft. So, 74% sind für Abreißen tatsächlich. Das ist ganz schön, ähm, deutlich. Das sind ganz schön viele. So. Passiert hier was? Äh. Oh, sagt nicht, meine Dings funktioniert nicht mehr. Aber der im Weg steht, kann das sein. Kartoffelbrei. Geh mal weg hier, mein Guter. Äh. Wartet. Äh. Ach so, wartet. Ja, äh, klar. Kann ja auch gar nicht funktionieren. Hab die Lava einmal in die falsche Kiste gepackt. So, ich hab die schon so lange nicht mehr benutzt, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die funktioniert. Oh, Mann, ey. So, alles rein hier. So, und jetzt den Button drücken. Und jetzt funktioniert die Geschichte doch auch. Ja, Wolski und der... Eine Spende! Guck mal, manche Sachen sind laut. Warum ist es verbuggt, Alter? Hä? Nee, Stacheldraht weg. Eine Spende! Guck mal, hä, warum? Elina, sei nicht so laut. Chill mal. Eine Spende! Hä? Bruder, Dino-Gang mit 5 Schweizer Franken. Baba mit einem Euro. Fatih mit der Mitgliedschaft. Eine Spende! Nee, jetzt reicht's aber auch, Elina. Halt mal die Schnauze jetzt hier. Bau einfach das Stargate bei Logo auf. Eine Spende! Na, nee, das ist aber zu viel Arbeit, Alter. Wir könnten das Stargate irgendwie... Ich weiß auch nicht, Alter. Eine Spende! Na gut, ich glaub, die Umfrage ist relativ deutlich. 74% sind für Abreißen. Wir wenden mal die Umfrage. Eine Spende! Ähm, wo seh ich denn hier eigentlich... Eine Spende! 5 Euro für Melanie, vielen lieben Dank. Eine Spende! Wir haben irgendwie noch nicht viel gemacht, ne? So, ich würd sagen, wir reißen jetzt mal das Haus ab. Aber, äh, also das Stargate meine ich. Aber... Eine Spende! Ey, das ist mir jetzt ein bisschen zu laut, aber auch. Muss ich auch ehrlich sagen, ne? Eine Spende! Wartet mal, krieg ich das behoben, dass das so laut ist? Na, schwierig, glaub ich. Rock, Knuffi mit der Beginschaft, David mit den 2,50 Euro, Melanie mit 5,50 Euro. Es ist halt nicht immer laut, hört sich das. Manchmal ist es leise. So, okay. Hilft ja alles nix. Wir reißen das Stargate ab. So, zuerst mal unsere... Die wichtigen Sachen hier retten. Die waren aufwendig zu farmen, ihr wisst. So, die tun wir hier mal in die Kiste. Zack, zack, zack. Die Eimer brauche ich ja eigentlich jetzt auch hier nicht. Warte mal. Die Eimer tue ich mal hier hin. Bam, bam. Zack. So. Ähm, genau. Das ist die Klage von Easy, die wollen wir natürlich beheben. Äh, bewalten. Was wir beheben. Die Banner habe ich aus dem Dungeon mit der Fabi-Tour, die wollen wir natürlich beheben. Zack. Zack, sag ich doch, beheben, behalten. Bin ich doof? Bin ich doof in der Birne oder was? So, ähm. Das Obsidian abbauen wird ein Krampf, ne? Sag ich echt. Ich packe das hier mal alles erst mal. Ähm, und hier. Guter, alter OG-Horn. Wir müssen da noch ein Foto machen. Machen wir noch ein Foto vom Stargate, solange es das noch gibt, Leute. Passt auf. So. Ein Erinnerungsfoto vom Stargate. Oh. Oh, wunderschön. Das wird immer in unserer... Ey, das sieht eigentlich... Das sieht so fresh aus. Wir müssen das wieder aufbauen. Woanders. Es muss wieder aufgebaut werden. Wir gucken da mal wo. So. Okay. Leute, seid ihr... Ach nee, warte. Erstmal muss ich meinen Flugheimer retten, natürlich. Äh, das wird jetzt aber ein bisschen krampfig, tatsächlich. Äh, weil... Der fliegt halt weg, wenn ich Pech habe, ne? Warte mal, ich habe eine zweite Leine. Habe ich doch hier. Ah, ich kann meinen Rucksack nicht öffnen. Äh, mach keine Faxen, bitte. Äh. Äh, no. Oh, er ist zum Glück festgebackt. Uiuiui. Ähm, haben wir irgendwo einen Zaun? Hm. Muss doch irgendwo einen Zaun haben. Ich habe hier wirklich weit und breit keinen Zaunblock. Glaubt ihr das? Okay, wartet. Komm mit Flugheimer. Du musst nochmal hier ran. Wir brauchen einen Zaun. Das heißt, wir gehen in den Holz rein. Äh, brauchen... Geht auch ne... Geht auch ne... Ne Tür? Glaub nicht, oder? Wo ist denn mein ganzes Holz hin eigentlich? Also hatte ich nicht mal Holz. Mr. Icy ist Mitglied. Zuschauer seit fünf Jahren. Vielen lieben Dank. C.C. Todden ist Mitglied. Raphael Mechner ist Mitglied. Luca mit fünf weiteren Schweizer Frankinios. In-Game-Sound ist ein bisschen leise. Ja, kriegt man hin. So. Danke, Shelly. Das lieb bei dir. So. Ähm, wir brauchen... Warte mal, wie macht man das? Das geht so, glaube ich, oder? Äh, nee, genau andersrum. Ja, das ist immer das Tricky-Ding mit dem Crafting-Rezept. Ja. Einen Kirschholz-Zaun, den wollen wir. Das sehen wir hier. So. Jetzt wollen wir den Flugheimer. Nicht wegfliegen, bitte wieder. Ne, mach hier keinen Stress. Dankeschön. Der ist sehr, sehr tricky mit wegfliegen. Oh, nein. Oh, der wollte wegfliegen. Habt ihr es gesehen? Das kleine Sackgesicht, ey. Der wollte so abzischen, Alter. Ich pack's nicht mehr. So. Okay. Na gut, dann legen wir los, Leute. Oh, Mann, das schön... Es war eine schöne... Oh, Mann, dieses Blazing auf der Spitze. Es war eine schöne Zeit mit dem Stargate. Aber... Alle guten Dinge haben mal ein Ende. Irgendwie brauchen wir halt doch ein Haus. Also, ich hab das mit dem Stargate vielleicht auch irgendwie nicht bis zu Ende gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber es war schön. Und wir werden es sicherlich nochmal sehen. Es bleibt in unserer Erinnerung. Eli mit der Mitgliedschaft. Dankeschön. Leon mit einem Euro. Dankeschön. Rosenpizza mit zwei Euro. Und El... El... Die Abi mit einem Euro. Und der John mit der Mitgliedschaft. Eine Spende. Jetzt wird's wieder laut. Nee. Elina, halt jetzt mal die Backen wieder. Ich sag's dir, Alter. Ich vermute, dass eins von... Eine Spende. Leute, könnt ihr mal kurz checken, dass eins von beiden laut ist. Also, entweder Mitglieder oder... Eine Spende. Eins von beiden ist laut, oder? Stimmt's? Sagt mir mal, welches bitte. Eine Spende. Das seht ihr unten links an der Animation. Da steht dann entweder halt Geld oder Mitgliedschaft. Eine Spende. Was ist das für ein Sound? Ich hör doch hier einen Warden. Eine Spende. Warte mal. Ich hör einen Warden. Eine Spende. Hört ihr das? Nein. Easy hat sich wieder einen Warden in... Nein. Oh, nee. Easy hat sich wieder einen Warden organisiert. Ich kann das nicht mehr. Warte. Ja, schön. Wieder einen Warden als Nachbar. Richtig cool. Annick mit der Mitgliedschaft. Vielen lieben Dank. Fischkopf mit zwei schwarzen Fragen. Brawlstars. Oh, tatsächlich wollte ich Brawlstars aufnehmen gestern. Oder vorgestern? Nee, vorgestern war das. Aber hab ich dann irgendwie nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht machen wir mal ein Brawlstars wieder. Sarai Hintzmann mit zwei. Oh, vielen Dank. Und Crafting Jan auch mit zwei. Oh, vielen Dank auch an dich. Geld ist laut. Okay, Leute. Ihr habt mir sehr geholfen und ich gehe jetzt in die Korrektur. Lasst mich kochen. Ich bin hier so am kochen. Ihr wisst gar nicht, wie ich koche. Hauptsächlich auch, weil ihr es nicht seht. Aber... Geld ist laut, Leute. Das beheben wir doch sofort. Ja, Alter. Jetzt seht ihr, dass es laut ist. Die Kogge, Alter. Leise. Wollen wir nicht hören. Weg damit. So. Jetzt müsste es leise sein. Checken wir mal ab. Wir machen gleich mal einen Checker, okay? So. Okay. Problem ist, wir können mit meiner Spitzhacke nicht wirklich gut Obsidian abbauen. Weil ich dadurch, dass ich... Ihr wisst ja, dadurch, dass ich zwei Aufsätze habe, ich habe ja eine Spitzhacke und ein Etsy. Dadurch habe ich ja Axt, Schaufel und Spitzhacke auf einmal auf meinem Multifunktionswerkzeug. Das sorgt aber dafür, dass meine Spitzhacke um eins verschlechtert wird. Das heißt, ich habe ja Diamant und sie ist aber um eins verschlechtert. Das heißt, es ist halt quasi wie Eisen. Also, es ist natürlich gelevelt und schneller als Eisen. Ihr wisst es ja. Aber es ist von der Qualität her wie Eisen eigentlich. Und das Problem ist, dass Eisen Obsidian... Ich habe zwar eine bessere Spitzhacke, also geht es schon besser. Aber mit Eisen Obsidian abbauen ist ein bisschen krampig. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Dia-Spitzhacke gleich mal. So. Eine Spende natürlich. RBL Zone, Dankeschön. Und leider Dankeschön. Und Banks is the best. Grüße an David und Jason für 2,50 Euro. Dankeschön. Das war sehr, sehr cool, Leute. Qualität ist schlechter, Bruder. Also, da musst du halt hochstellen. Das ist ja jetzt die Beideschuld. Bau auf Gambus Haus, das GG Gaming Haus. Du meinst das da? Dass das easy gebaut hat, fand ich so random. Ich dachte, es hat Logo halt dahin gebaut. Aber nee. Junge, Flo hat immer noch nicht seine verdammten Tetra-Blöcke da hinten abgebaut. Ich denke, er weiß nicht, wie man die abbaut. Kann das sein? Wollen wir dem mal helfen, Leute? Schreibt mal eine einzelne Chat, wenn wir mal Flo mit seinen Tetra-Blöcken da helfen sollen, wo sein Haus zugebaut ist. Dann können wir ihm das mal ein bisschen abbauen. Und 2, wenn er es selbst machen soll. Wie geht's Mucki und Jimaylo? Ähm, fragt Jennifer. Ähm, also, jetzt gerade sehe ich sie nicht, aber den gibt's gut. Die hatten Fressen, jetzt schlafen sie. Gut gefetzt haben sie sich heute, also heute Nacht quasi. Weiß nicht, was da wieder los war. Ey, ich hab richtig schlecht geschlafen. Ihr auch? Und ihr müsst wissen, das ist jetzt vielleicht so ein richtiges Random-Dings, aber Podcast-Hörer von euch werden das wissen. Ich schlafe nie schlecht. Nie. Egal, ob ich aufgeregt bin oder ob ich irgendwie, ob es warm ist oder... Also, ich schlafe immer Prime-mäßig, ne? Ich lege mich ins Bett. Ich habe ja meine Taktik, Leute. Wer kennt sie vom Podcast? Habe ich es dem Podcast schon mal erzählt? Ja, ja, doch, doch, oder? Habe ich meine Einschlaftaktik mal erzählt? Wer kennt sie von euch? Wenn nicht, dann erzähle ich es jetzt gleich noch mal. Oh, das Stargeld auf dem Haus. Also, das hätte schon was. Sage ich ehrlich, Leute. Aber es ist halt gut aufwendig, ne? Stargeld ist schon... Stargeld ist nicht so... Eine Spende! Nee! Nicht so jetzt, Selina! Nicht so! Ich habe dich leiser gemacht. Eine Spende! Hm, eigentlich? Eine Spende! Vielleicht muss ich es zumachen, damit es speichert oder so? Eine Spende! Oder ich muss es updaten? Eine Spende! Hast du schon erzählt? Ähm... Wir müssen mal ein bisschen gucken, wie ich es gleich beheben kann. Kriegen wir aber gleich an. So Kartoffelbrei und Fischstäbchen fehlt noch. Mayonnaise. Mayonnaise? Nee, Mayonnaise weiß ich nicht. Du musst die Quelle wahrscheinlich updaten. Ja, ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich. Da kennt sich jemand aus, Leute. Machen wir doch. Äh... So. Wie update ich die? Einfach einmal rechtsklicken und, äh, okay. So. Eine Spende! Gib mal Feedback, ob es hingehauen hat. Also, ob Geld jetzt auch leise ist. Wobei, ich werde es natürlich hören. Sachen zählen. Genau so ein Ding. Mein Werkzeug. Ja, Werkzeug ist nicht fast kaputt. Ach, Schema. Wir haben doch genug aus der Bank geklaut in der letzten Folge. Wir haben doch, ja, das geht der Wett. Also, Diamant der Wett. Du zählst Dinge. Ja, ja. Ich zähle, Alter. Das ist der Cheat. Auf jeden Fall, ich schlafe immer gut. Ähm... Aber, woher heute? Ich bin dreimal aufgewacht. Dreimal. Ich hatte einen komplett wilden Traum. Ich erzähle euch meinen Traum. Ich musste zu einem Arzt in der Charité. Charité ist, ähm... Also, es gibt nicht eine Charité. Also, es gibt schon eine Charité. Aber es gibt halt verschiedene Stations quasi durch ganz Berlin verteilt. Aber ihr könnt euch merken, Charité ist dieses, ich meine, sogar größtes Krankenhaus Deutschlands. Auf jeden Fall, auf jeden Fall das größte Berlins. Also, es ist riesig. Und es gibt auch nicht die eine Charité. Du gibst dann an verschiedenen Orten von Berlin gibt es verschiedene Campus, nennt sich das da, ne? Also, ähm... Ist riesig. Riesenkrankenhaus. So. Da sind aber auch Ärzte und so. Also, naja. Ich hatte einen Termin bei einem Arzt. Was ich da machen musste, ich kann es euch nicht beantworten, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, auf dem Handy, mein Handy noch 10% Akku gehabt und ich war dann da. Also, ich war quasi auf dem Gelände, nicht beim Arzt, ich war auf dem Gelände der Charité. Und, äh, ich dann so, äh, das bei Google Maps eingegeben, das wurde mir angezeigt und ich bin dann losgelaufen. Lalalala. Und das Krass ist, am Anfang, wo ich war, war das übel Hightech. Alles Luxus, komplett fresh, wirklich Traum, alles wunderschön und so. Und, ähm, oh, sorry. Und je weiter ich gelaufen bin, desto, desto Brokey-mäßiger wurde das, desto kaputter war alles und desto, ähm, die Leute waren dann auch komisch und es war alles richtig zerstört. Und dann hat sich so 10 Minuten gelaufen und war das übel schabrackig, Alter, alles war übel im Arsch. Und ich dachte so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Wo chillt denn meine Ärztin? Okay. Ich warte gerade auf. Dann, äh, irgendwie hat Google Maps gesponnen und ich hab das nicht gefunden. Und dann war ich am Ende des, äh, Geländes quasi beim Ausgang auf der anderen Seite und ich guck so raus und da ist ein Schwimmbad mit so Flamingo-Wasserrutschen. Einfach so brutalste Flamingo-Wasserrutschen. Und ich chill da so, denk mir so, Alter, jetzt Flamingo-Wasserrutsche, ist aber auch geil. Geh ich in das Schwimmbad, fahr ein bisschen Flamingo-Wasserrutsche, chill da ein bisschen. Dann sag ich, ach so, warte mal, ich hab ja meinen Arzttermin. Der ist ja eigentlich schon, also das macht ja gar keinen Sinn, eigentlich schon viel zu spät. Aber okay, ich, äh, denk so, okay, scheiße, 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 ich geh aus dem Flamingo raus, geh weiter. Ich geh einfach weiter, ich geh weiter von der Charité weg, macht auch gar keinen Sinn, aber okay. Plötzlich steh ich vor dem ägyptischen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das, da, also das macht jetzt bald auf. Es gibt jetzt so ein neues ägyptisches Museum in, aber nicht das in Berlin, sondern das in, äh, Kairo oder so. Ähm, das ist so dieses krankste ägyptische Museum aller Zeiten. Das hat wie eine Milliarde Euro gekostet oder so. Und das macht, das sollte einen schon längst aufhaben, hat aber noch nicht auf. Das wurde jetzt tausendmal verschoben, macht jetzt aber irgendwie einen Monat auf, falls ihr es mal gehört habt. Ähm, und, äh, genau. Und da stand ich plötzlich davor. Warum das jetzt plötzlich, also ich bin anscheinend bis nach Ägypten gelaufen. Ich versteh's auch nicht. Ähm, dann dachte ich mir, scheiße, also das kann ja hier nicht richtig sein, wo ich hier gerade bin. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Ähm, dann bin ich, hab ich nochmal in Google Maps geguckt und dann, kennt ihr das, wenn euer Akku so leer ist, dass es kurz bevor es ausgeht, so ultra langsam wird, euer Handy, also so ultra, ultra langsam. Ähm, dass es dann passiert und dachte ich mir, ja, scheiße, jetzt geht mein Handy gleich aus und dann empfinde ich ja meine Ärztin niemals. Wie soll ich die finden ohne Handy? Und dann bin ich aufgewacht, zack, dann bin ich aufgewacht. Hä, Alter? Eine Spende! Nee, Elina! Halt jetzt mal die Schnauze. Warum ist das immer noch so laut, ey? Eine Spende! Wie aktualisiere ich denn den Scheiß hier, Alter? Ich seh nie da immer so laut. Nein, ich hab das falsch eingestellt. Das ist auch nicht immer laut, nur die Hälfte ist laut. Äh, Just Cat ist Mitglied wieder. Zeigst du irgendwann dein Setup? Oh, also ich kann auf jeden Fall verraten, ich baue ja aktuell ein Haus, wie ihr ja wisst, wahrscheinlich als. Podcast-Zuhörer. Ähm, ich, äh, wenn ich umziehe in mein Haus, beziehungsweise wenn ich um, also ich werde es wahrscheinlich so machen, ähm, es wird ja nicht mehr so lang dauern, ähm, also wird schon noch ein bisschen dauern, aber es ist nicht mehr so prime lang. Äh, also jetzt hier, ich werde dann quasi so einen Monat, bevor ich umziehe oder so, wenn meine Wohnung hier noch so full eingerichtet ist, so wie es jetzt halt ist, ähm, werde ich eine Roomtour drehen. Ähm, ähm, und wenn ich dann umgezogen bin, also wenn ich nicht mehr hier wohne, Stargate als Base für Mr. X und Y, das hab ich nämlich, ah, warte, ich brauche eine neue, das hab ich nämlich auch gedacht, Weird Talk. Ähm, ich mach eine extra Stargate-Kiste auch. Aber da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen das Holz, nur kurz Holz. Ähm, genau, äh, dann, äh, poste ich die. Also wenn die quasi nicht mehr, also die ist dann nicht mehr so aktuell, das ist natürlich jetzt dann nicht so cool, aber ich werde hier, also ich werde nicht meine Wohnung zeigen, während ich noch hier drin wohne. Da hab ich mich von verabschiedet von der Idee. Das ist mir einfach von der Privatsphäre her zu schwierig. Außerdem ist meine Wohnung auch schwer zu drehen, ähm, äh, ohne dass ich, also ich muss ja brutalst aufpassen, dass man halt nicht sieht, wo ich wohne, ne? Deswegen ist alles ein bisschen... So. Kannst du Schweizerdeutsch... Bruder Jan, woher soll ich das können? Dürft ihr Videos von anderen gucken? Ne. Bedürfen wir nicht, äh, das ist eine Regel. Wir haben nicht viele Regeln, aber die Regel haben wir tatsächlich. Ähm, wegen Spoiler und so halt, ne? So, so. Zack, zack. Und wenn, äh, Sachen in die Kommentare geschrieben werden, was ja dann manche auch wieder wirklich machen, wo ich mir auch denke, Bruder, also checkt ihr es noch? Ähm. Ähm, wie zum Beispiel, ja, der Code für die, für die Truhe ist das und das, oder ihr wisst, so Sachen halt, äh, die dürfen wir nicht benutzen, logischerweise. Ähm, so. Okay. Das sieht doch gut aus. Hier die Stargate-Kiste ist gut gefüllt. Äh, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie bauen wir, äh, das Obsidian ab. Da müssen wir eine... Ach, mir fehlen die ja. Ehrlich jetzt? Brrrr. Wir müssen jetzt tatsächlich... Dias. Hab ich, was hab ich denn meine... Ach ja, ich hab mir Dias-Rüstung gecraftet. Oh. Blä, 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 blä. Okay, wir müssen tatsächlich Dias-Farm gehen. Es hilft ja alles nix, ey. Okay, gut, egal, mach mal. Alles gut. Wir brauchen, also ich mein, früher, später brauchen wir ja eh immer Dias, ne? Also ist ja jetzt nicht so ein Weltuntergang. Ähm. So, let's go, Dias-Farm. Würde sagen, hier in die Richtung. Was ist eigentlich das hier, Alter? Wer hat das gebaut und was ist das? Aus wie eine Rampe, Alter. Siehst ihr das? Verzauber auf Glück. Ähm. Warte mal, ich sollte das auch reparieren, ne? Da habt ihr natürlich nicht ganz ungerecht. Glück wird schwer. Ich mein, wir können ja mal unser Glück probieren. Warte mal, ich hab doch, ich hab ein Glück-Buch, oder? Vielleicht haben wir ja Glück. Wäre auch zu gut gewesen, Alter, sag ich ehrlich. Ähm, so, so, jetzt so, boop. Ähm, ich überlege gerade, wie wir es machen. Erstmal würde ich sagen, gehen wir pennen. Schritt Nummer eins, wir gehen mal gut schlafen. Zack. Warum wurde Randy MC geschlossen? Äh, weil wir keinen, ähm, also erstens hat der Server schon anderthalb Jahre Minus gemacht. Also die letzten anderthalb Jahre. Ähm, und unabhängig davon hatten wir eh da noch keinen Haupt-Dev mehr. Ähm, ja. Wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte das Ding nie so ein Jahr früher zumachen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber naja. So, Feli mit einem Euro. Ich glaube, ich hab's behoben, oder? Mit dem Sound. So. Äh, wir wollten das Ding reparieren. Das heißt, wir brauchen unseren Iron Hammer. Der ist in meiner Tetra-Kiste. So. Bam. So. Ich hab, denke ich, ein Glückbuch. Die Frage ist, wo hab ich meine Bücher? Äh. Hier. Boah, Alter. Ich hab Effizienz viel. Glück und Harpune. Okay. Boah, F, das ist auch big, ne? Ich muss aber, ich hab, denke ich, noch mal Glück. Unendlichkeit, Flamme, Schutz, 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 Schärfe. So, ob ich noch einmal Glück hab? Das ist ja, pff, guter. Naja, Glück eins ist besser als nix, sorge ich mal, ne? Müsste das eigentlich jetzt einfach verzaubern können. Wir gehen auf ... Ne, warte, das ist falsch. Wir gehen auf die Spitzhacke. Ah, die kann ich sogar verbessern, seht ihr? Ich hab ein Level abbekommen. Ich hab gar nicht mitbekommen. Ähm, Pickaxe. Und jetzt wollen ... Warte, äh, ich will das Ding aber verzaubern. Diamond Pick, Enchant, genau. Glück. Boom. Jetzt haben wir Glück eins drauf, ich mein. Besser als nix, oder? So. Let's go, suchen wir uns eine Höhle. Wusstest du gar nicht, dass du streamst? Ja, mach ich nicht oft, ne? Ah, warte, ich muss mir meine WhatsApp-Gruppe noch schreiben. Leute, wieso sagt ihr denn nix? Ähm, wir sind jetzt live auf YouTube mit ... Warte, ich kann mal, warte mal. Minecraft-Freunde ... Kommt gern vorbei. Doppelpunkt. WhatsApp-Gruppe, könnt ihr by the way join, wenn ich das noch nicht gemacht hab? Emil, mit 5 Euro kannst du länger streamen. Ah, das tut mir sehr, sehr leid wegen deiner Katze. Gute Besserung wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich werd mein Bestes geben, Emil. Ich werd mein Bestes geben. Ähm ... Wir, boah, wenn Mugi und Gemelo was passieren würde, puh ... Da würd ich gar nicht dran denken. Ähm ... Genau, ich brauch einen Link jetzt. Äh, gib mir einen Link. Wartet. Upp. Poste grad kurz nur ... Bangs. Muss mal einen Livestream. Wir sollen einen Livestream finden. Hier haben wir ihn. Zack. Zack. Jetzt würd ich ihn irgendwie teilen. Oh, wieder 20.000 Werbung. Äh ... Wie teile ich den jetzt? Teilen. Da haben wir ihn doch. Bopp. Teilen. Link kopieren. Ab in die WhatsApp-Gruppe. Boah, das ist ein wilder Link, aber passt schon. Ähm ... Wir sind jetzt live auf YouTube mit Minecraft-Freunden. Kommt gern vorbei. Und da ist der Link. Äh, passt. So. Hab dich an der Spree gesehen. Boah. So. Spree, äh, könnte sein. Hast du kein YouTube-Premium? Doch, ich hab Premium, aber ich bin am Handy nicht eingeloggt. Ähm ... Ich benutze WhatsApp. Äh, WhatsApp gesagt, weil ich's gelesen hab. Mach X-Ray. Äh, äh. Äh, äh ... Also, ich benutze YouTube am Handy eigentlich. Fast gar nicht. Alter, hier sind Bären. So ein Braunbär, so ein Dicki, Alter. Boah, ist aber auch ein cooles Haustier, oder? Thema for fun in Warden. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Bruder, ey! Bruder, ey! Ja, okay, Message an ... Also, das soll ja offensichtlich was markieren. Die Frage ist, was? Da geht's auf jeden Fall runter. Auf was sind wir hier gestoßen? Hat hier einfach jemand gestrippt mal? Also, was wurde hier markiert? Also, was wurde hier markiert? Einfach eine Höhle, oder was? Das Ding ist ja nicht, jetzt hier reingehe, war ja offensichtlich schon jemand. Nee, bestimmt war was Warden. Und dann, und dann Spawner oder was Warden-mäßiges oder so? Hey! Ja, beruhigen Sie sich doch, Herr Skeletto. Hier ist auf jeden Fall ein ... Bisschen Spawner, aber die will man eigentlich nicht. Hm. Hm, 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 hm. Oscar mit einem ... Oh, auch ein Stammzuschauer, vielen Dank. Und Janis mit der Mitgliedschaft. Ob's halt so viel Sinn macht, dass ich jetzt hier rumfliege, was markiert war? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Eine Spende. Ja, wir gehen hier mal raus. Wir suchen uns eine eigene Höhle. Da-da-da. Eine Spende. Frage ist, äh, ah, hier. Eine Spende. Äh, hier lang. So, sobald wir eine Höhle finden, gehen wir runter. Hier, das sieht doch ... Ist das eine Höhle? Ähm, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, jetzt geht's aber ab, grad. Feli Außerirdische. 2,50 Euro, vielen lieben Dank. Eine Spende. R-Rei mit einem Euro, vielen lieben Dank. Eine Spende. Wir brauchen zu Kartoffelbrei und Fischstäbchen unbedingt noch Kartoffelsalat. Ja, Kartoffelsalat, fühl ich. Ähm. Hat er mir wohl gesagt, dass hier ... Aber ich hab, glaub ich, dieses Teil ... Ah, ich kann meinen Rucksack nicht öffnen. Das hier ... Ah, doch, hier ist Sand. Seht ihr das? Der ist anders. Den kann man so ... Hab ich das Ding in meinem Rucksack? Aber es ist nur ein Block, seht ihr? Nur ein einziger. Nee, gelogen sind zwei. Der hier. Zwei sind's. Gut, na gut. Aber wir machen mal ein anderes Block. Wir haben jetzt erst mal eine andere Mission. Wir suchen eine Höhle. Das ... Oh! Oh, yeah. Wir haben hier was Big Baba Butzenmäßiges. Und wir haben hier auch Amethyst-Blöcke, die ich eigentlich gerne auch mitnehmen würde. Ich liebe Amethyst. Aber ich liebe auch Kalzit. Das ist doch Kalzit, oder? Ja. Kalzit und Amethyst sind zwei so geile Blöcke, Alter. Ich schwör's euch. Ich will auf jeden Fall mein Haus irgendwie aus Kalzit bauen. Das ist halt auch ein geil, ne? Glatter Basalt. Auch das sind drei richtig geile Blöcke, Alter. Fühlt ihr? Schnabulieren wir uns hier, Alter. Dankeschön Gaming. Tradox mit der Mitgliedschaft. Und Dankeschön Hugh Tran mit dem ... Oh, ich hab's safe falsch ausgesprochen. Ja, tut's mir sehr leid. Was suchst du wofür? Äh, ich such gerade Diamanten, auch wenn ich gerade Amethyst abbaue, für eine Dia-Spitzhacke, damit ich den Rest meines Stargates abbauen kann. Weil ich das mit meiner Spitzhacke nicht machen kann. Also ich kann schon, aber es würde 100 Jahre dauern und die würden nicht droppen. Also mit meinem Multifunktionswerkzeug hier natürlich, ne? Das ist der Nachteil, wenn man alles auf einmal haben möchte. Henry Schwab mit der Mitgliedschaft. Hallöchen. Und Pahi doch mal mit einem Euro. Und Dukidak mit 2,50. Ja, ihr seid sehr, sehr großzügig heute wieder. Meine Güte, ey. Vielen lieben Dank. Team Rot mit der Mitgliedschaft im 34. Monat. Boah. 10.000 Zuschauer haben wir. Boah, und die Uhrzeit. Ich bin jetzt krass, dass ihr überhaupt alle schon wach seid. Real Talk, ey. Ey. Wieso ist es am Böhnen? So. Müssen wir jetzt auch nicht alles komplett abbauen. Reicht ja eigentlich auch für Diamanten da. 5 Euro von Sundrop and Moondrop. In die Namm. Vielen Dank, dass du mich immer da hättest und durch meine schweren Zeiten geholfen hast. Bist der Beste, wenn ich für dich gedrückt. Officer Ben. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank, ey. Das war ich doch mein Herz, mein Guder. Freut mich sehr, dass es dir gefallen hat und dass ich dir irgendwie helfen konnte. Vielen Dank. So. Gaming-Tradox verschenkt 5 Mitgliedschaften, Leute. Alle, die eine bekommen haben, jetzt einfach mal danke. Oh, warte. Big eigentlich, oder? Ja, das nehmen wir mit. Warte, wir müssen durchlesen. Wir lesen gleich durch. Ist hier irgendwas, was wir brauchen? Satte? Maybe. Hier nochmal. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Ich würde den Spawner gerne mitnehmen, aber ich habe jetzt halt keinen Bock, die ganze Zeit den zu tragen. Mal kurz Screenshot, wo der ist. So. Holen wir da mal ab. Ein anderes Mal. So. Aber irgendwie ist die Höhle leider nicht tief genug, ne? Joe, mit 5 Euro, warum Elytra, wenn man sich morfen kann? Ähm, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber man ist nicht, also man ist schon, also so für Höhlen und so, ja, safe. Aber um jetzt wirklich einfach Distanz zu traveln, du musst jetzt einfach 10.000 Blöcke irgendwo hin, ist Elytra deutlich schneller als der Morph. Jetzt so in Höhlen ist natürlich schon praktisch, aber da kannst du ja mit Elytra nicht so manövrieren, ist klar. Aber, ähm, glaub mir mal, im, 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 wirklich im Fullspeed ist Elytra deutlich schneller. Oh, das war eine Menge Enderpern, das war Big Baba-mäßig. Instant Return Pedaling, okay. Ja, gut, den Rest. Oh, brauch ich nicht. So, ich hab mal gucken, was diese Schematics können. Also. Ähm. Oh, guck mal, das ist so eine Windenergie quasi, äh, Windelement. Wenn ich mein Schwert, wenn ich einen Schwungkraftschlag mache, erzeuge ich einen Windstoß. Okay. Und das andere, mhm. Damit kann ich Projektile mit meinem Schwert blocken. Das ist auch nicht schlecht, oder? Wie so ein Schild. Nur, dass ich es mit einem Schwert mache. Wobei die Frage ist, man hat ja eh, ne, das ist schon praktisch. Da kannst du ein Totem in der Offhand benutzen und gleichzeitig die Sachen trotzdem blocken, ne? Das ist schon nicht unpraktisch. Wir könnten auch mal den Hut shoppen. Hä? Alter, ich dachte gerade kurz, dass wir... Ne, warte mal. Wir sind bei der markierten Höhle. Das ist... Oh. Wir sind irgendwie zu der markierten Höhle gekommen. Wie dumm. Ich wollte gerade schon sagen, das ist der gleiche Kisteninhalt wie der, den wir da schon gefunden haben. Oh, Mann, ey. Oh, hier. Das ist ja eine. Baba. Das geht eigentlich gerade ab mit den Mitgliedern. Das ist ja crazy, Alter. Ich glaube, weil Dings fünf donated hat, ne? Ähm, Gay... Oh, Alter, ich dachte kurz, Gaming-Trodox hat 99 Subs donated, Alter, weil der Stand war ja... Alter. Pet Simulator 99. Ich hoffe, ich habe da noch mal ein Video gemacht. Ich bringe aktuell ein bisschen weniger Roblox. Ich kann es dir nicht... Ich meine, irgendwann bestimmt mal, sage ich dir ehrlich. Pahi mit der Mitgliedschaft, Mats Lau mit der Mitgliedschaft, Team Rot mit fünf Euro. Vielen Dank. Und Daddy noch mit einem Euro auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Dich. So. Äh... Was ist das? Ich habe hier... Warte mal, das ist... Das ist, glaube ich, für ein Alex Cave, oder? Ja, ja, ja. Das ist safe Alex Cave. Hier werden wir jetzt gleich ein paar Runen finden, aber... Ist vom Prinz... Oder auch nicht. Ah, doch hier. Ah, nee. Hä? Die Frage ist, wurde das schon gelootet, oder? Aber wir brauchen die eh nicht. Warum ist hier ein Button? Weil wir haben schon... Wo führt die... Wo führt das hin? Einfach ins Nichts, oder was? Okay. Aber wir haben eh schon von jeder, ähm... Oh, ein Slime? Warte mal, wenn... Also, ich weiß nicht, warum hier jetzt gerade ein Slime spawnt, aber den nehmen wir auf jeden Fall mal mit, Alter. Okay, ich kann Schleimbälle traden, so gesehen. Ist jetzt nicht überselten. Übrigens auch kleines Geheimnis, erinnert ihr euch an, ähm, die, ähm, weil das muss ich kurz überlegen. Ähm, ich hab relativ am Anfang Slime gebraucht, weil ich einen klebrigen Kolben machen wollte. Ich hab irgendeine... Ja, meine, meine, meine Bunkertür. Meine Bunkertür. Ähm, die ist ja mit dem klebrigen Kolben gemacht. Und die hab ich ja sehr, sehr früh gebaut. Und jetzt stellt sich natürlich die eine oder andere die Frage, wo hatte ich denn diesen Schleim her, um den klebrigen Kolben zu machen? Das können wir heute endlich zurückzahlen. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich hab den Chaos aus der Kiste geklaut. Ha! Wie ein richtiger Assi, Alter. Aber heute geben wir ihm... Ey, Bruder, ich bin gleich tot! Alter, das war tatsächlich knapp. Holy moly. Äh, aber wir geben ihm heute 5 zurück. Das ist dieses Investment-mäßige gewesen für Flo. Da kann er sich nicht beschweren. Oh, Mann. Ähm, DJ Joel mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank. Äh, Takun mit dem Euro, vielen lieben Dank. Rosenpizza mit weiteren 5 Euro. Mein Kater hat heute eine Maus vor den Balkon gelegt. Jaja, das ist... Das ist mit Freigängerkatzen so, ne? Das ist wild. Ich glaub, Muggi wär auch so einer. Real Talk, ey. Okay, Muggi wird mir da wirklich Katzen anschleppen, das... Der spielt da auch schon wieder ein Instrument. Äh, aber ich bin... Also, ich bin halt relativ hoch noch, ne? Tatsächlich. Auch wenn's tief aussieht, aber... Ähm, also, dass ich hier Dias finde, ist unwahrscheinlich. Wir müssen weiter runter. Und das hier sieht ja perfekt aus. Ich komm's manchmal wirklich so vor, als ob Logo die Diamanten weniger gemacht hat, für so'n Prank oder so. Er hat alle Diamanten der Welt abgebaut oder so. Äh, ich... Also, wirklich. Guckt euch das mal an, Alter. Ich bin hier auf der perfekten Dia-Höhe. Das ist ganz kurz vor Bedrock hier. Und hier sind Gänge, Gänge, Gänge. Keine Dias, Alter. Glaubt ihr das? Hexenhut? Äh! Oh! Wie kriegt man immer diesen Mr. Y-Hut? Aber wir sind Mr. X. Wir haben unseren eigenen Hut. Rebecca mit dem Euro. Vielen lieben Dank. Und Robert mit 2,50. Auch lieben Dank an dich. Und Ryan mit den zwei Schweizer Franken der Schweizer. Wieder. Vielen lieben Dank auch an dich. Wusstest du, dass es das Mod-Pack für Freunde zwar auf Core-Search gibt? Ja, das ist aber nicht offiziell. Und, äh, ich... Also, das Ding ist, also, wir werden das nicht veröffentlichen. Auch nach Freunden nicht. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Man kann natürlich die Mods sich zusammensuchen. Ich meine, es ist ja jetzt kein Top-Secret-Geheimnis, was für Mods wir hier haben. Ähm. Aber, ja. Wir haben, also, ja. Es gibt ja natürlich auch... Ah, hier. Oh, weiterer Spawn. Alter. Ey, wir können wirklich... Das ist auch noch mein Ziel für Freunde. Ähm. Man kann... Das ist ja relativ krass. Gold, Apfel, noch mal. Okay, warte mal. Das kann weg. Und... Das kann weg. Ähm. Dadurch, dass man, ähm... Spawner ja rumtragen kann, kannst du ja wirklich die beste Mob-Farm aller Zeiten bauen, indem du einfach, äh, die Spawner zusammenbringst, ne? Weil Spawner spawnen immer... Weil das Problem mit Mob-Farm ist, du kannst eine Mob-Farm so groß bauen, wie du willst. Es können nur... Ich sag jetzt... Oh, nein, Alter. Der Ekelhafte. Oh, nee, Bruder. Nicht der. Oh, da krieg ich keinen Saut, wenn ich den sehe. Bruder. Egal, wir haben Über-OP-Schwert. Ja, da haben wir ihn auch schon. Oh, nee, Bruder. Also, ui, ui. Nervt doch mal nicht. Hallo. Hä? Wo ist mein Schwert? Kurz mit Pizza getauscht, ey. Äh. So. Ähm. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, da ist Logo, Alter. Wirklich der, der alle Diamanten versteckt hat. Krank ist das. Ich frag dich mal, bist du auch live? Ähm. Genau, Frage. Nee, warte mal. Oh, nee. Oh, Bruder. Wenn wir einen schon sehen, nehmen wir ihn mit, oder? Oh, nee, Alter. Oh, nein. Ah, Logo, stimmt auch. Okay. Äh, guck. So. Ähm. Was wollte ich denn erzählen? Was hab ich grad geredet? Eine Spende. Ähm. Ah, der geht so ab. Henry mit 5 Euro, danke. Lea mit der Mitgliedschaft, Niklas mit der Mitgliedschaft, Gabriele mit 6 Euro. Grüße an dich auf jeden Fall. Zombie mit der Mitgliedschaft. Ich hab, glaub ich, auch nicht alles vorgelesen. Das Target ist jetzt weg, Kate. Weil es weg ist, was hier. Ähm. Was hab ich grad? Ah, Mobfarm, genau. Äh. Eine Mobfarm. Egal, wie groß du die baust, hat immer das Problem, dass nur eine bestimmte Anzahl an Mobs gleichzeitig in einem Bereich spawnen können. Das heißt, du kannst die auch doppelt so groß bauen. Die wird, wieso sammelt der die nicht auf? Die wird deswegen nicht besser werden. Das ist ein bisschen das Problem von, äh, Mobfarm. Aber Spawner haben diese Dynamik nicht. Ähm. Plus ist ein weiterer Vorteil von Spawnern. Du kannst lenken, wo die spawnen. Während halt bei einer Mobfarm spawnen die halt. Und du musst dich darauf verlassen, dass die halt irgendwann dann runterlaufen. Was halt tendenziell ein bisschen dauern kann. Ähm. Ähm. Ja. Also auf jeden Fall kannst du mit Mobfarm halt, also mit Spawnern halt Mobfarm bauen. Die sind halt komplett okay. Was natürlich in Normalvanilla nicht geht. Weil du kannst ja diese Spawner nicht transportieren. Ne? Du kannst halt einen Spawnerfarm bauen mit einem Spawner. Die sind schon relativ gut. Kennt ihr bestimmt. Aber wir können ja wirklich dieses, ähm, diese mal, mal 100. Also du kannst ja in Real Talk da 100 Spawner hin scheppern. Alter, 100. Das heißt, du spawnen 100 Mobs mit einem Tick. Bumm. Mann, diese Hülle ist kacke, Alter. Ich weiß nicht, wer die markiert hat, aber die ist richtig kacke. Wir gehen wieder raus. Haben wir schon. Oh, eine Kiste. Die just dropped ein Artefakt. Bitte ein Gutes. Bitte ein Gutes. Ah, ich höre es nicht, dass es verbrennt. Okay. Aber bei. Oh, oh nee. Ah, wobei. Wobei. Doppelt ausgerüstet. Links und rechts den Haken für maximale XP. Ist schon gar nicht so Unstrong, glaube ich. Aber ich, also wisst ihr, welches Artefakt ich unbedingt halt noch haben will? Das, wo man, ähm, Glück bekommt. Äh, Glück auf Spitzhacke. Da kriegst du plus eins Glück einfach. Ist das auch eine Kiste? Nee. Oh, aber trotzdem Artefakt. Aber Immunfeuerschaden. Das haben wir schon. Ich meine, ich werde es trotzdem mitnehmen. Oh, da ist noch eins. Was geht denn? Noch eins. Drei in einem Chunk, Alter? Ist doch ein Bug. Hören Sie mal auf mich zu nerven hier. Ja, Eisengold. Ich brauche das eigentlich alles gar nicht. Ähm. Quatsch. Quatsch. Äh. Ja. Egal. Brauchen wir nicht. Ähm. Warte, hier waren doch noch zwei weitere. Hier war noch eins. Ah, das, ja, ja, Artefakt, Artefakt. Bitte, bitte, das mit Glück. Bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber. Ah, Katzenschuhe. Creepers weichen dem Träger aus. Das ist ja cool. Oh, Bruder. Ich habe hier Platzprobleme. Kalzid muss weg, Alter. Es hilft nichts. Hey, Alter, hä, hallo? Eine Spende. Äh, ich hatte aber noch ein drittes. Warte. Hier, 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 hier. Eine Spende. Ne, das ist eine richtige Kiste. Ah, schade. Schade, schade Schokolade. Ich habe aber noch einen Schematiker gefunden. Warte mal. Bini mit zwei Euro. Marianne mit der Mitgliedschaft. Dankeschön. Gaming. Gaming. Tradox. So, ich habe das riesig gehabt. Zwei Euro. Vielen lieben Dank. Äh, Lubel. Lubel mit dem Euro. Dankeschön. Und, äh, Jona, cool. Auch mit dem Euro. Äh, Mitglied, also Freundschaftsbefragen auf Roblox nehme ich eigentlich nicht an. Äh, da kann ich eigentlich auch keine Ausnahme machen. Tut mir sehr leid. Zeig mal bitte das Foto vom Haus, das du bauen willst. Ja, das bleibt noch ein Geheimnis. Ähm, genau, ich wollte noch die Schematik gucken. Äh, nee. Äh, nee, das hatten wir schon. Ähm, ja, wir hatten zweimal das Projektilblocken. Okay. Ja, okay, das ist irgendwie auch alles mit Projektile. Also, ja, okay. Oh, warte mal, hä, das hat man doch auch noch nicht, oder? Doch, hat man schon. Nick mit 2,50. Alter, heute ist aber, heute ist aber crazy, oder? Mit Mitgliedschaften und Spenden und so. Also, heute geht der, oh, hier, hier, hier. Ah, hier war ich, das hier der Ort, wo ich schon 20.000 Mal war, Alter. Geil, 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 geil. Ich hasse diese Höhle. Ich habe nicht ein Dia gefunden, Bruder. Wie kann das überhaupt sein? Oder? Digga, das stimmt doch nicht. Hier stimmt doch was nicht, ey. Loga nicht geantwortet. Ah, nee. Paar, hey, mit 2 Euro. Vielen lieben Dank. Wie viel Geld hast du durch den letzten Stream gekauft? Äh, das kann ich dir nicht genau ... Da ist ein Dorf. Junge, man kann so x-rayen mit diesen Partikeln, ne? Da, Dorf, Lul. Ähm, das kann ich dir nicht genau sagen, weil es wird auch immer gut was zurückgezogen. Gerade von den hohen Sachen. Von den hohen Sachen ist echt ... Also, so alles, was so über 10 Euro ist, sage ich mal, ist immer wirklich 50-50, ob es zurückgezogen wird. Äh, und das kriege ich natürlich dann logischerweise nicht. Deswegen kann ich es ja nicht so ... Äh? Ach so. Dachte, es hat jemand gegraben, aber ... Ähm, Dankeschön, Zetsch mit der Mitgliedschaft. Größter Flex war vor den 1.000 Abos dabei. Boah, also, das kann schon sein, aber kannst du es beweisen? Also, sag mal etwas, sag mal etwas über meinen Kanal, was man nur wissen kann, wenn man, ähm, wirklich bei den ersten 1.000 Abos dabei war. Also, wirklich so ein Undercover-Secret-Ding. Oh, das ist auch eine ... Ich fände wirklich diese Höhlen in Minecraft so geil, ne? Ich hab wirklich ... Ich such hier schon seit einer halben Stunde nach einem Dia. Auch geil, dass ich die Partikel vom Squid sehe, bevor ich den Squid sehe. Ähm, hier ... Minen, wirklich, ich find so viele Minen. Ich hab mehr Artefakte gefunden als Dia. Kann mir das mal jemand erklären? Ich hab zwei Artefakte ... Drei sogar. Ich hab drei Artefakte gefunden, null Dia. Ja, moin. Aber ich glaub, die Höhle war schon Dia-mäßig gemeint einfach. Die war ja auch markiert. Also, wenn die markiert ist, dann heißt das ja auf jeden Fall was, ne? Justin mit dem Euro und Marianne mit zwei weiteren Euro. Ja, Dr. Bexzi mit Call of Duty. Also, das ... Ich denk, das wissen hier Tausende. Also, allein hier im Stream wissen das Tausende. Geschweige denn auf YouTube. Das ist ja jetzt hier nicht so an der Cover. Ähm, Dr. Joel mit zwei Euro. Zeig mal, Mucki. Na, ich weiß nicht, wo der gerade ist. Was eigentlich ungewöhnlich ist. Eigentlich pennt die immer hier auf dem Schreibtisch. Oder hinter mir ist so ein Hocker. Da pennt Mucki auch oft. Ähm ... Ey, es da kann wirklich nicht wahr sein, ne? Also, ja, ich bin jetzt aktuell ja auch ein bisschen hoch. Aber, dass man hier so gar keine Dia's findet, das ist schon sehr Cheater-mäßig irgendwie. Ich weiß nicht. Oh, mein, immer denk ich Dia's. Und dann ist das so ein Leuchtsquid, ne? Ich krieg zu viel, Alter. Wenn ihr Dia's seht, schreit. Oh, voll verbuggt aus, ne? Das war's irgendwie. Keine Dia's. Keine Dia's. Keine Dia's. Oh, das ist auch schon gelootet. Wir müssen weiter weg. Wir müssen weiter weg. Es macht ... Hier ist alles schon abgefarmt. Irgendeiner ist hier wirklich mit dem Staubsauger lang und hat sich hier alle ... Hat sich hier alle Dia's schnabuliert, Alter. Und ich fahr hier wirklich rum wie ein Opfer. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht mehr. Ich fetz ... Ich bin auch voll nah am ... Ich bin grad nach, keine Ahnung, 500 Blöcke vom Dorf weg. Ich fetz jetzt hier erst mal 2000 Blöcke in diese Richtung. Kann das nicht mehr, Alter, wirklich. Logo hat alle Diamanten gelöscht in der Welt. Ist das krank. Easy hat drei Stacks Dia-Blöcke. Ja, der geht's gut, Alter. Easy hier, alles leergefegt, Junge. Geh zu den Wasserhöhlen. Geh zu Unterwasserhöhlen. Also, ich dachte, du meinst die Alex Cave Wasserhöhle. Es gibt dann noch zwei weitere Höhlen. Es gibt die Magnethöhle. Die find ich sehr, sehr interessant. Weil die ist so technisch. Ihr wisst ja, ich mag das so ein bisschen. Und es gibt noch die Unterwasserhöhle. Die ist auch geil, Alter. Mach Bankraub weiter. Ja, das Problem ist, wenn ich in diesem Tresor stecken bleibe ... Ihr habt ja das Video gesehen, ihr wisst, wovon ich rede. Wenn ich in diesem Tresor stecken bleibe, ist der Stream vorbei. Weil dann komm ich da nicht mehr raus ohne Easy. Easy muss mich dann rauslassen. Das ist erstens ein bisschen Kacke, weil da mein Plan, das auf Velina zu schieben und sie zu Mrs. Z zu machen, schief geht. Und zweitens ... Naja, ist dann der Stream vorbei, weil ich da drin festhecke. Also ... Na, das ist doch relativ nah, ne? Das könnte hier Easy noch wirklich gestaubsaugt haben, Alter. Wir gehen mal weiter. Craft hier noch ein Gerät. Was für ein Gerät? Was für ein Gerät meinst du? Mach auf die andere Seite auch ein. Was meinst du? Hat ja ein bisschen kontextlos die Nachrichten. Ey, schwierig. Änder-Perle durchbaggen. Ja, das geht, aber ich weiß. Aber schwierig. Aber da hätte ich auch ein bisschen die Angst, dass ich nicht mehr rauskomme, ehrlich gesagt. Weil ihr dürft nicht vergessen, wenn ich da nicht mehr rauskomme, Leute, der Stream ... Warte, das sah voll apokalyptisch aus. Der Stream ist dann vorbei. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, weil ich komme dann nicht mehr da raus. Elina hat 82 Dias. Warum haben die alle so viel Dias, Digga? Bottleflipper, 2 Euro vielen lieben Dank. Nochmal Grüße genauso an dich. Fabian mit dem 1 Euro, Grüße. Jona mit dem Euro. Und ja, das habe ich vorgelesen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Yeezy hat geglaubt, dass es Elina war. Mit den Haustieren, oder was? Das mit den Haustieren ist ja auch so ein Rätsel, ne? Haben wir auch noch wirklich ... Ben Türk mit der Mitgliedschaft. Vielen lieben Dank. Coldblock auf der anderen Seite. Ja. True. Was ist das? Dass das auch gelootet ist, ist ja wirklich ein Witz. Ey, ich bin hier 3000 Blöcke weg. Oder die Kiste war leer, aber die war safe nicht leer. Das ist gelootet, Alter. Kann das gelootet sein? Okay, ich meine, das ist schon auffällig, aber ... Mann, ey. So, jetzt hier eine Höhle. Wir sind 3000 Blöcke weg. Jetzt brauche ich nur noch eine relativ nice Baba-Butzen-Höhle, die auch gut aussieht. Okay, wir fliegen mal ein bisschen höher. Boah, ja, genau so einen Kaliber brauche ich, ey. Let's go. Die muss jetzt aber auch tief genug sein, weil hier ist natürlich ... Hier ist natürlich Quatsch. Fabian mit dem Euro, vielen lieben Dank. Und Johannes mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank. Und Vincent mit dem Euro, auch vielen lieben Dank. Ey, heute ist aber wirklich, also ... Also ich ... Oh, antike Stadt wäre big. Aber ... Schlecht aus. Ah, doch, es geht weiter. Oh, hä? Das sieht ja cool aus. Was haben wir hier? Oh, nein. Mehr Rückstoß. Damit habe ich das nächste Atem. Oh, oh. Ich habe ein bisschen Panik. Wo ich mich denn nicht ... Ja, okay, wenn ich die jetzt angreife, lädt sich da ein Warden. Ey, wie kann mir das überleben, Alter? Das waren 30 Blöcke. Ah, Unsichtbarkeitsschal. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, glaube ich, oder? Fünf Artefakte gefunden. Oh, nicht der, der beschwört Wardens. Nein, 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 nein. Oh, ich habe ihn. Uh, bevor er einen Warden beschworen hat. Das sammeln wir auch ein. Das ist, glaube ich, ein nice Atem. Das ist der, kennt ihr den aus Freunde 1 noch? Der ... Oh, es ist ... Also, ich habe hier ja ... Komm, lass mich weg. Schreier Seele, Alter. Der kann Wardens beschwören. Manni, Bruder, ich ... Ist noch einer. Hier oben, hier oben. Alter. Mein lieber Scholli, ey. Das ist wie ein Horrorfilm hier gerade. Puh. Noch einer. Wie viele sind hier? Das ist eine Farm. Puh. 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 Ey, es ist wirklich ... Es sind wieder keine Diamanten. 10 Euro von Johannes, vielen lieben Dank. 1 Euro von Vincent, vielen lieben Dank. 10 Euro, ey. X-Adri mit einem Euro. Florian, ich habe einen Screenshot, dass ich der 913. Abonnent bin. Alter, das ist crazy. Ja, Bruder, kannst du mal chillen, mein Bruder? Skelettspawner, auch Big. Wir haben einen Screenshot gemacht. Goldapfel. Ja, das habe ich schon. Drei Name-Tags in einer Kiste, Alter. Oh, Rahm wegkommen. Ja, ja, nervt mich mal nicht. So. Was kann ich mit diesen Schreierseelen machen? Lass mich mal ganz kurz nachgucken. Damit kann ich einen Skalk-Boomer craften. Da brauchen wir drei Seelen. Wir haben drei. Den hat das auf jeden Fall ein Block, den ich noch nie gecraftet habe. Ein Skalk-Boomer. Alter, drei Knochenblöcke, drei Skalk. Dann nehmen wir mal drei Skalk mit. Da können wir die direkt craften. Wenn wir schon mal hier sind. Nehmen ruhig ein paar mehr mit. Ach, die droppen ja nicht. Ah, warte mal. Die muss ich mit einer Schaufel machen, damit die droppen. Mein Inventar wirklich. Alter, ich muss mal ganz kurz hier was einstellen. Ich brauche meinen Rucksack, Alter. Das ist ja sonst Quatsch. Und Taste B. Schnellmenü. Das muss man hier wegmachen. Können wir jetzt öffnen? Ja, nice. So. Totem können wir reinpacken. Ja, dann die Artefakte natürlich. Äh, so. So. Ja, jetzt ist mein Rucksack halt voll, oder was? Was soll ich machen? Ähm. So. Jetzt brauchen wir eine Schaufel und wir haben kein Holz. Warte, 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 warte. Lasst mich kochen. Hier war doch so ein... Warte, 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 warte. Ne. Alter, ich habe so Angst, dass die einen Warden beschwören. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hier spawnen so viele von denen. Das ist crazy. John Luca mit der Mitgliedschaft. Billy mit der Mitgliedschaft. Rosenpizza mit 2 Euro. Vielen lieben Dank. Den Block zerstört, die verstärkten Blöcke zerstört. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Äh, Maxi mit dem... Oh, genau. Du kannst mit dem Besitzer-Modifizierer die Tür zu deiner Tür machen. Nein, nein, nein. Das geht ja nicht. Du kannst mit dem Besitzer... Ihr nervt, Junge. Du kannst mit dem Besitzeränderer nur den Besitzer von etwas ändern, was dir gehört. Äh, und die Tür gehört ja nicht mehr mir. Oh, bitte. Ne. Da ist Holz übrigens an der Stelle. Ähm, bitte, bitte, bitte. Wenigstens mehrere Dias. Ne, das ist einer. Ich habe doch Glück, Bruder. Wozu Glück? Das ist ja wirklich ein Riesending. Henry mit 20 Euro übrigens. Ah, wieder ein Artefakt. Ey, 20 Euro, Henry. Vielen lieben Dank. Ah, okay, das habe ich schon. Aber wir nehmen trotzdem mit. Ähm, das ist sehr, sehr großzügig von dir. Ähm, ich hoffe, der Stream gefällt dir. Und du hast noch ein bisschen Spaß hier, mein Guder, ne? Ähm, dann haben wir nochmal 2,50 Euro von Celine. 1 Euro von Elias. 1 Euro von Maxi. Alter, heute ist aber... Heute seid ihr verrückt drauf. Kerstin mit 5 Euro. Macht die Kisten kaputt mit dem Namen. Hä? Warum? Ich habe da gar nichts gemacht. Alter, wenn ihr geworden ist, da drehe ich ja aber so schnell ab. Alter, das könnt ihr aber wissen. Boah. Ähm, macht die Kisten... Kisten kaputt mit dem Namenveränderer wahrscheinlich zu dir? Nein, 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 das geht nicht, Leute. Ich kann die Kisten nicht zu mir machen. Die gehören easy. Ich kann nur Sachen, die zum Beispiel mir gehören, easy geben. So habe ich das ja auch gemacht. Andersrum... Andersrum wird das ja... Aber Leute, andersrum wird das ja auch gar keinen Sinn machen. Oh, Dias. Ähm, dann könnte ich ja einfach hingehen zu irgendeinem Sicherheitssystem und das einfach zu mir ändern mit einem Knopfdruck. Ja, wieder nur 2 Dias aus 2 Dingen. Aber so habe ich denn Glück 1 draufgepackt. Ähm, also das geht so... Boah, ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Also ich kann wirklich 10 Skype-Boomer dann auch anscheinend machen. Crazy ist das. Gold Apfel. Ja, wenn ich Sachen halt öffne, ne? Wenn ich mit Sachen interagiere, dann lädt sich... Nein, und dann... Oh mein, ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße! Wo bin ich? Da ist ein Warden und der schießt mich gleich tot. Ah! Oh Mann, ey. Da war Baba-mäßig noch Höhle. Die spawnt der, wenn ich den Shunk verlasse? Nach einer Zeit, ne? Aber dauert ein bisschen. Meint ihr, ich kann schneller dem vorbeifliegen? Safe, oder? Ich habe ja voll Dia. So schlechte Rüstung habe ich nicht. Ja, aber ich bin tot, glaube ich. Oh mein Gott! Oh, jibbi! Huhu! Ne, Mann, nervt doch mal mich! Das ist so horrormäßig, ne, Alter? Ich schwöre es euch. Ey, ich geh von eins zum nächsten Diaz. Ja, komm, dann beschwört halt eure Worns. Kann ich eh nur ein Worn gleichzeitig da sein in der Nähe? Ja, auch scheißegal jetzt wirklich. Drei Diaz! Vier Diaz in der Kiste! Fünf, sechs, sieben, acht Diaz! Neun Diaz! Zehn, elf, zwölf Diaz! Zwölf Diaz! Ich bin ein Macher! Boah! Boah, zwölf Diaz, Alter! Oh, das hat ge... Ne! Jetzt ist mir der Worn hinterher, Rens. Das ist gerade so angehört, irgendwie. Alter, das ist ja wirklich so horrormäßig, ne? Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich mache das jetzt hier leiser. Boah! Ähm, Kerstin mit einer... Man kann hier keinen Satz reden, ne? Es ist doch gestört. Ich hoffe, der Sonic-Boom-Block ist... Junge, die Kiste retten wir da eher, ne? Ich hoffe, der Sonic-Boom-Block ist cool. Denn ich werde zehn Stück davon craften können. Ah, die Katzenschuhl haben wir schon, haben wir in der Mitte, ja? Boah! Nein, der beschwerten worden! Oh! Alter, ich kann das nicht mehr. Flanky mit zwei Schweizer Flanken, vielen, vielen Dank. Nata mit der Mitgliedschaft. Hood mit dem Euro, vielen, vielen Dank. Annalena mit 2,50 Euro. Grüße aus Österreich. Grüße an dich, Annalena. Vielen, vielen Dank. Ähm, und Kerstin mit der verschenkten Mitgliedschaft, genau. Ich hoffe, die Person, die die Mitgliedschaft von Kerstin bekommen hat, äh, bedankt sich, äh, recht herzlich. So. Ja, ey, das ist wirklich so eine fette Höhle, die wir gefunden haben, ne? Das ist crazy, Alter. Hier ist aber auch nix. Puh, ey, es ist... Ich weiß nicht, was ich hier für Gebiet... Es sieht aus wie wirklich die riesigste Amethyst-Geode, die ich je gesehen habe. Ist es sogar auch. Guckt mal, ist es auch. Das Ding ist riesig! Hä? Alter, das Ding ist wirklich riesig, ne? Kann das sein? Gut, aber wir haben eh keinen Platz jetzt für Groß-Ammethyst. So, weiter geht's. Ähm, mhm, mhm, mhm. Jetzt sind wir ja aus den Gebieten ein bisschen raus. Ah, oder auch nicht? Ähm, so. Ja, da war noch so viel zum Erkunden, ne? Wir haben wirklich nicht mal in der Oberfläche gekratzt gefühlt, Alter. Dieses Höhenkonstrukt ging noch so viel weiter. Aber wir haben 16 Dias. Leute, soll ich zurückgehen? Oder sollen wir noch ein bisschen weiter looten? Was sagt ihr? Fragt doch Fabi, ob er wieder das aktivieren kann. Dann könnt ihr den Gewinn teilen. Oder mit einem Teleporter, mit einem Traktor und einem anderen Panel nachgehen. Ah, du meinst mit... Ja, 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 ja. Kluge Idee. Hey, anders kluge Idee. Das hab ich gar nicht bedacht. Natürlich. Ich hol mir einfach Fabi als Komplizen. Hä? Was zum Teufel ist da gerade explodiert? Ähm, das ist... Das ist klug. Ja. Guter Einfall. Also ich hoffe, Sonic Boom ist euch der krankste Block ever, weil ich kann zehn Dinger davon craften. Erzähl nicht, aber fünf. Was ist das? Das ist Alex Cave. Will man auch manchmal Babasachen? Nee. Doch, 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 doch. Ja, Höhlentafeln. Aber... Also brauche ich halt nicht, ne? Ich hab alle Höhlentafeln von jeder, von jeder Dings. Also wäre jetzt Quatsch, die mitzunehmen. Ich raff nicht, warum sie so krass schnell spawnen. Eigentlich sind die selten. Aber anscheinend nicht mehr, Bruder. Dias? Kontrollierte Sprengung, ihr wisst Bescheid. Jetzt mach mal den Übergönner, bitte. Ein Dier. Und ist, glaube ich, auch einer gedroppt. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich bin wirklich dieses, dieses... Ich hab wirklich 80% meiner Diamanten aus dieser einen Kiste. Wie geht das überhaupt? Was geht hier? Quatsch. Quatsch. Ähm. Mal in die Magnethöhle. Jaja, das machen wir... Och, Dias, 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 Dias. Jetzt hab ich gar nicht gelesen, was hier... Oh, big. Also zwei. Zwei ist ja schon big für die heutige Tour, tatsächlich. Ähm. Ich hab gar nicht gelesen, was ich auf meine Frage geantwortet hab. Nochmal, Dias, 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 Dias. Schnell bevor der Creeper kommt. Ist ja eh nur einer. Ha, gar kein Problem. Da haben wir gar keinen Stress. Ich krieg ja eh immer nur einen. Ähm. Ja, ob ich zurück soll oder... Schaufeln. Ja, meint ihr, ich soll machen? Da muss ich halt... Macht schon Sinn, ne? Okay, ich mach, Leute. Ich mach. Nach Schaufeln nehm ich ein bisschen Skulk noch mit. Knochenblöcke sollten wir eh haben. Boah, jetzt sind die Creeper gestorben. Das wär auch cool gewesen, oder? Seid ehrlich. So. Das kann weg, das kann weg. Jetzt tun wir mal das ganze Holz ein. Ähm. Jason mit der Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ich glaub, das ist wirklich Mitgliederrekord, ne? Ich muss gleich mal gucken, wie viel wir heute schon gemacht haben. Aber ich denke, es ist Rekord, Leute. Cheeseburger mit der Mitgliedschaft. Annalena mit 2,50. Vielen lieben Dank. Flanky mit 2 Schweizer Franken. Das Modpack stellen wir nicht zur Verfügung. Und Löwencrusher mit der Mitgliedschaft. So, ich brauch ne Schaufel. Da machen wir jetzt einfach... Einfach Gold. Ist ja egal. Ist jetzt eh nur für Skulk. So. Jetzt muss ich mir ein bisschen Skulk irgendwo finden. Aber das dürfte ja nicht schwierig sein. Da haben wir es schon. Ähm. Von dem bin ich gekommen, ne? Ach, das droppt auch nicht damit. Wie droppt das, Leute? Brauch ich da ne Dings? Ne Hacke? Oder brauche ich da Behutsamkeit für? Ich brauche Behutsamkeit. Ah. Ja, wow. Können wir überwegschmeißen. Ah, okay. Na gut, dann ist das doch ein bisschen schwieriger. Aber das ist kein Problem. Wusste ich nicht. Ähm. So. Das haben wir noch nicht. Doch. Eisen können wir ja schon mal mitnehmen, oder? So. Hier ist sogar ne Schaufel gewesen. Ach, deswegen habt ihr Schaufel in den Chat geschrieben. Jetzt check ich das erstmal. Knochen. Na gut, ich hab hier ne Million Knochen der Farms. Also Quatsch. Das ist ein Spawner, oder? Ne, das ist ... Was ist das? Ach, so ein Alex Cave Dings hier. Ja, brauchen wir aber nicht. So. Ich würde gern noch ... Wie wird mein Mitglied? Äh, du musst einfach neben dem Chat, das ist, glaub ich, so ein Dollarzeichen, wenn ich jetzt richtig, äh, up to date bin. Ähm, da, wo du auch die Smilies machen kannst, da müsste das Dollarzeichen sein. Ich glaub, beim Handy ist aber ein bisschen anders, weiß ich nicht genau. Das müssen wir die Handy-User hier reinschreiben. Äh, und da kannst du draufdrücken, dann kannst du drücken Mitglied werden, glaub ich. Kostet aber ... Zwei Euro, glaub ich. Aha. Ja, okay, jetzt bietet sich an, dass wir rausgehen. Wir gehen raus. Boah, das war aber auch, also ... Puh, ju, 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 ey. Das war ein Abenteuer, Leute, oder? Das war ne Farming-Tour. Das Buch ist wichtig. Ja, das mag sein, aber ich hab das schon zweimal. Also. So, ab nach Hause. Ah, ja, 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 Karabakarabakarabadi. Ben Hacke geht auch. Ja, ja, aber der droppt doch nicht, oder? Mit Hacke. Ich glaub, ich kann's mit Hacke einfach nur am schnellsten abbauen. Aber es droppt nicht. Äh, Leon ist Mitglied. Rüger Jonas ist Mitglied. Paul March ist Mitglied. John Rhee ist Mitglied. Leon ist Mitglied. Boah, mit der Erklärung hab ich's anders geblatet, Leute. Dragonfire mit 2,50. Vielen lieben Dank. Alter, weil ich es erklärt habe, wie es am Handy geht, direkt fünf Wigitschaften geschaffen hat, das ist ja auch illegal, wirklich. Wie geht's, Muggi? Bruder, Gimelo, nicht vergessen, hallo? Bald Zuschauerrekord? Nie im Leben, Alter, wie viel sind wir dann? Ich weiß gar nicht, was mein Rekord ist, ehrlich gesagt. Zehntausend, also, da sind wir noch ein bisschen weg vom Zuschauerrekord. Also, dass ich jetzt am Sonntag Vormittag meinen Zuschauerrekord mache, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Sonntagabend ist dieses Prime-Ding, also, wenn ich mein Zuschauerrekord knacken würden, wolle, dann hätte ich heute Abend streamen müssen. Mein Rekord ist 23.000, tatsächlich. Sascha mit der Mitgliedschaft, Jarl mit zwei Schweizer Franken, Dragonfire mit 2,50 und Lea mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank an euch alle, Bauer Lutz mit der Mitgliedschaft. Aber Mitgliedermäßig könnte das wirklich aktuell 11.000. Hä? Hacke droppt? Ne! Weißt du, zufällig, ob Skulk mit einer Hacke droppt? Mit Hacke droppt nicht, glaube ich. Ist Quatsch. Ne, ne, ne. Du kannst mit einer Hacke es am schnellsten abbauen, aber es droppt, glaube ich, nicht. Ja, 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 nur Bewusstsein gehabt. Ja, 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 nee, nee. Das war ein Quatsch. Call, Chat, nein! Wer auch immer das geschrieben hat, Quatschi. Mach doch einen Artefakt-Shop. Ey, damit kannst du reich werden, ne? Ich sag's ehrlich. Weil Artefakte sind schon wertvoll. Ey, das ist gar nicht so eine doofe Idee, ne? Hut Schrägstrich-Artefakt-Shop bin ein. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Das ist ja schon naheliegend irgendwie. Und ich... Ey. Können wir zusammen Fortnite spielen? Na klar. Die coole Maus. Ich mach jetzt meinen Stream aus. Dann zocken wir ein bisschen Fortnite. Also, bui. Draco mit zehn verschenkten Mitgliedschaften. Da will ich jetzt aber Danke im Chat sehen. Da will ich jetzt Danke im Chat sehen, ey. Das ist schon crazy. Leute, schreibt mal bitte, wie viele Zuschauer meinen Stream hat. Ich will mal sehen, ob das gleich ist wie die Anzeige, die ich habe. Da hat grad einer 11.000 reingeschrieben. Mann, Easy ist wieder... Ne, mir reicht das jetzt auch. Das ist jetzt auch zu viel alles. Wartet. Wir fliegen kurz zurück. Fand ist auch geil. Easy, die Awe. Boah, die hat hier was mit Tomaten vor, ey. Weiß ich nicht. Die hatte hier dieses Dinosaurier-Gehege gebaut und hat richtig aufwendig die Dinos hier rübergebracht und so. Aber es sind alle Dinos weg. Jeder Dino ist abgehauen. Es gibt nicht einen Dino, der hier noch ist. Nicht einen einzigen. Mann, ey. Wirklich. 11k? Okay. Hä? Wie random? Bei manchen ist 11.600, bei manchen 10.800. Okay, bei den meisten ist 11.600. Okay. Aber das ist lustig, weil bei mir ist auch 11.600. Okay, ich halte die Schlauze. Hä? Aber gerade war da eine andere Zahl. Aber ich schwöre es euch. Macht ja gar keinen Sinn. Jetzt ist der Chat weg. Hallo, ich will doch meine Leute lesen. So. Okay. Hier hat Ebru eine Zuckerrohr-Farm gemacht. Nadja mit der Mitgliedschaft. Bauer Lutz mit 2 Euro und natürlich nochmal vielen, vielen Dank an Bauer Lutz für 10 verschenkte Mitgliedschaften. Das ist schon wirklich das ist crazy. 10 ist crazy. So. Okay. Artefakte. Wo haben wir die Artefakte? Die haben wir hier. Boah, ich habe jetzt halt sehr viele Artefakte, ne? Das hier. Ah, die Reste habe ich warte mal. Das hier, das hier. Und dann habe ich noch welche hier. Die alle. Ich habe so viele, Alter. Das hier. Ich kann Safe & Shop aufmachen. Das ist geil. Das ist strong. Da kommen wir ja nicht aus der Armut raus, Leute. Vielleicht werden wir dann auch irgendwann mal so reich wie Isi und Elina. Hexenclan, Alter. Ich schwöre es euch. Die haben so viel Kohle, Alter. 50 Euro von verwirrt Jonas. Grüße aus Österreich. Jonas, das ist vielen lieben Dank. Donation-Verbot jetzt aber, Alter. Zu viel. Rückzieher, sage ich, Alter. Dankeschön. Alter, Logo ist ja wirklich hier. Also, ich weiß nicht. Nein. Sag nicht. Ah, wartet. Was ist denn mit den Tasten, ey? Ach so. Ne. Was habe ich gerade gedrückt? N. Oder M. Sprachchat deaktivieren. Machen wir mal. Komma. Logo? Ja. Also, baust du als Haus eine Mülltonne? Ja. Hast du es direkt erkannt? Ich habe es instant erkannt, ja. Wieso bist denn du so klein? Bin ich klein? Ja, hä, stimmt. Warum bin ich so klein, Digga? Hä? Junge. Real-Life-Größe? Ich versorgte irgendeine Tasten. Ja, weiß ich nicht. Ich versorgte irgendeine Tasten aus, was ich gedrückt habe, Digga. Scheiße. Ich habe meinen Schrumpf, der weiß aber auch nicht dabei. Warte, ich habe ihn irgendwo in einer Kiste. Also, beim Kisten einsortiert. Hä, das heißt, ich habe den ganzen Livestream in kleiner aber auch gemacht. Weil das Device habe ich ganz am Anfang in der Kiste gepackt, noch nie wie in der Hand gehabt. Hm. Nein. Jetzt sind wir gleich groß. Bitte, Mami. Hä? Ah. Du bist wieder richtig groß. Ja, aber ich versuche gerade. Ah, jetzt warte. So. Danke. Ja, aber dann hat es ja geklappt, wenn du direkt erkannt hast, dass das eine Mülltonne wird. Also, in Kombination, weil du es gebaut hast, habe ich es schon erkannt. Ja, cool, in der Müll. Das war ein Zweck. Ich dachte, du baust nur ein DAD noch auf und dann ist es fertig. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr müsst wissen, wir hatten so, wir hatten so ein Stargate-Ultra-Fan in den Kommentaren. Und der hat unter jedes unserer Videos geschrieben, dass das kein echtes Stargate ist, weil der fehlt der Garde, ah du was, Alter. Ja, ja, das DAD, das, ähm, irgendwas mit Dial Home Device, glaube ich, heißt das. Logo hat Lava genommen, sagt mein Chat. Nein. Ne. Das ist unbezahlbar. Ich, äh, ich habe damit Cleanstone gebrannt für meine Mülltonne. Okay, ja, cool. Bitte hasse mich nicht. Jetzt baue ich 10 Jahre das hier ab, richtig cool. Ne, warte, ich habe doch Effizienz irgendwo. Ja. Ich schaue mal, ob ich dir helfen kann. Vielleicht funktioniert es. Warte. Naja, du hast aber nur eine Saal. Was hast du für ein Tool? Das sieht so komisch aus. Ja, klar, super. Das klappt. Das droppt nie im Leben, Alter. Sonst wird das nicht so lang dauern. Das gleiche Problem habe ich mit meinen Multifunktionswerkzeugen. Naja, so ich... Ah, hm, schade. Ich dachte, ich könnte mehr auf einmal abbauen, aber... Ja, das will ich wieder haben. Ähm... Ich will ein Erinnerungsfoto machen. Ah. Verdammt, das war cringe. Was? Ich habe kein Papier. Bin gestolpert. Ich habe kein Papier, das war unangenehm. Warte. Äh, hab Stress. Hast du mindestens ein Foto davon gemacht, wie das Stargate noch stand? Ja, also Logo. Oh, Mann. Wer hat meinen Amboss benutzt? Die kann ja kaputt sein. Ja, übe. Warte, ähm... Ich habe ihn nicht benutzt. Ich habe ihn nicht benutzt. Warte. Ich habe ein richtig schönes. Hier. Das ist HD sogar. Aber es ist nur eins, nicht kaputt machen. Die einzige Erinnerung, die ich an Stargate habe. Oh, du hattest aber schon die Statuen abgebaut. Ja, ja. Na, dann muss ich es jetzt ja nochmal aufbauen für das Foto. So. Mach ich mal effizient. Oh, ist das richtig tief. Hast du schon gehört, dass hier hinten ein Warden ist? Ja, ich habe sie uns schon ausgetickt. Easy hat wieder gekocht, Alter. Vor allem Easy hat wieder neben den Häusern von allen gekocht. Ich wette, in Gambos Haus wird man das hören. Hier auf deinem hört man es Prime. Ja, hier hört man es übel. Und man hört es bis hinter zu meinem. Ah, ihr habt die Dinger weggemacht. Aber das hat... Aber das ging nicht, ne? Ah, nee, 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 nee. Das habe ich nicht. Ryan muss das abgebaut haben. Aber... Ja, die kann er ja nicht abbauen. Aber warte, ich kann ihn zum Besitzer machen. Dann kann er die Dinger benutzen. Oh. Wenn du ihn jetzt zum Besitzer machst, kommt der Safe nicht drauf. Der wird das nicht nochmal checken. Ja, ich glaube auch nicht. Der wird dich dann nochmal darauf ansprechen, ob du das wegmachen kannst. Und dann sage ich einfach, nee, ich mache es nicht weg. Ja, das ist funny tatsächlich. Wo habe ich denn das Teil? Aber es ist aktuell auf Elina getrimmt noch. Oh, der Amboss wird es nicht nochmal überstehen, ne? Ja, das ist der zweite. Also, wenn hier heute beide... Wie heißt denn er genau? Ryan unterstrich Cole? Nein, nein. Ryan x Cole. Änder den Benutzer einfach auf jemanden, der gar nicht existiert. Das? Aber, ey, das kannst du halt echt machen. Und dann kannst du das Ding ja nicht mehr abbauen. Dann kann das keiner mehr abbauen. Na, wobei, ich glaube, es gibt so eine Sicherheitskontrolle, dass wenn es den nicht gibt... Nein, dann müsstest du es... Ah, wenn er vielleicht nicht auf der Whiteliste ist. Irgendwie so. Ich glaube, also auf jeden Fall, das habe ich ja bei dem Banküberfall gemerkt. Äh, 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 was? Hey, nee, warte mal. Ach so. Nee, egal. So, er kann jetzt damit normal interagieren, als ob es ihm gehört. Du könntest auch einfach Farbo draufpacken. Der kommt ja eh nicht auf den Sohn. Ja, ja, true. Aber das Ding ist, ich hoffe, er hat die Sicherheitskarten, die ich hier dran gemacht habe, aufgehoben, weil eine davon war richtig. Oh, ja sicher. Er hat jetzt hier leider einen Augenscanner. Es benutzt ja eh jeder so billig Passwörter, so 5x5 oder so. Ja, am Anfang war es sein Geburtstag und dann hat er es geändert. Er hat ja jetzt wahrscheinlich ein 10-stelliges Passwort. Meinst du, Ryan, ist so einer? Ja, wir haben ihn dazu gedrängt. Wir haben sogar extra getestet, wie lange er das setzen kann. Eine Spende! Lass den Wettbewerb machen. Wer kann sich die längsten Code merken für seine Kiste und dann wirklich, brauchst du drei Minuten in der Aufnahme das Ding zu öffnen. Ich glaube, es gibt keine Zeichenlimitierung dafür. So. Na gut, ich mache ja mal weiter, Ben, ne? Juhu. 12.000. Wir werden immer mehr. Wir knacken vielleicht noch den Zuschauer vom letzten Mal, aber es ist noch ein bisschen. Fünf, nee, sind das noch, warte mal, ich muss mal kurz was, sind das noch mal 50 von Jonas oder ist das immer noch die 50 von vorhin? Johannes, BRM, 10 Euro, der habe ich auch safe nicht vorgelesen, bin ich mir ziemlich sicher. Nee, das sind noch die 50 Euro von vorhin, aber es wurde so oft eine Spende gesagt. Ente mit 5 Euro, vielen Dank, Darius mit einem Euro, danke, Joel mit zwei, Kilogo, na, na, dankeschön, Nadja mit der Mitgliedschaft, Bauer Lutz mit 2 Euro und den Rest, nee, das waren noch die 50 Euro von vorhin, Alter, ich dachte kurz, Junge, 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 Leute, switch doch nicht den Code von den anderen, dem Kreiszahl Pi, mit 100 Nachkommastellen, Alter, wie lange geht der Stream noch, wie lange haben wir es denn? Ah, der geht noch, wir streamen noch gar nicht so lang, so, okay, dann brauchen wir jetzt noch alles, alles auf, 12.200, wir sind echt auf der Jagd, ey, wieso baut ihr das Stargate ab? Ja, wo habe ich am letzten Video so euch gefragt und so, ne, und hier kommt jetzt halt ein richtiges Haus und das Stargate bauen wir aber wieder auf, also keine Sorge, das Stargate wird es weitergeben, nur an einer anderen Stelle, ich habe jetzt hier auch eine Stargate-Kiste, da sind alle Blöcke, die ich vom Stargate halt abgebaut habe, ähm, ja, Sascha David mit 5, Euro, ja, Euro, Easy hat es mit dem Bank-Prank geglaubt, dass es in den Ava, ja, natürlich, das war ja auch, da brauche ich die Fotos vielleicht gar nicht, dann, dann kann ich mir die Fotos sparen, also das ist ja auch wirklich 1A gemacht gewesen von mir, oder, sage ich ehrlich, Herr Schilder, zur Sicherheit der Bank wurde eine Alarmanlage installiert, Vorsicht, ah, yo, Easy hat einen Warden als Sicherheitsanlage in der Bank, ah, das ist cool, das habe ich jetzt erst gecheckt, ah, okay, alright, na, okay, das heißt, in dem Tresor steht jetzt wahrscheinlich ein Warden, das heißt, die Taktik mit Fabi, könnte dann doch ein bisschen schwieriger werden, tatsächlich, aber sie kann die Blöcke ja abbauen, weil sie gehören ja ihr, ich habe ja den Besitzer geändert, hat sie die Blöcke abgebaut? ne, 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 die stehen noch da, man könnte noch mal rein, wartet, aber das steht jetzt hier nicht drin, oder? ich will nur mal testen, ob man noch reinkommt, ja, 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 es geht noch, okay, 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 das ist das, deswegen, ich würde es ja mit Logo jetzt machen, aber ich habe Angst, dass Logo mich aus Prankgründen einfach da drin lässt, deswegen warten wir mal auf Mr. Y, und ziehen da nochmal eine Back-to-Back-Bank-Überfall durch, aber da muss irgendwo ein Warden sein, Alter, ich weiß nicht, wir müssen gucken, im Safe ist kein Dia, ja, aber mir geht es, sicher? Nein, weil ich ihm die ganze Zeit mal falsch stelle, boah, ich weiß nicht, ähm, du hast den Lucky Scarf, der ist grün, äh, ja, nee, den verwechselst du, ähm, warte, wo habe ich denn das, ich habe das hier, ne, äh, ich habe den, ja, aber der macht doch nur, nur auf, äh, angebaute Blöcke, also sowas wie jetzt zum Beispiel, ja, wir können es ja mal testen, wartet mal, ich baue jetzt mal hier Weizen ab, ich habe keinen Weizen im Inventar, ich baue jetzt mal Weizen ab, nee, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee, okay, Weizen macht er nicht, das scheint doch der zu sein, aber mir wurde gesagt, das ist nicht der, der, ähm, Glück auf Blöcke gibt, sondern Glück auf, äh, so angebaute Sachen, ne, also steht ja hier auch so, angebaut, steht halt so komisch da, ach so, warte, ich habe den gar nicht getragen, warte mal, ich bin ja komm, der dämlich in der Birne, warte mal, so, nochmal neu, wir haben jetzt, null Weizen, null, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nee, wir kriegen trotzdem nur die richtige Anzahl, boah, I don't know, ey, also wisst ihr das, wisst ihr da zufällig was, ähm, du hast den nicht getragen, ja, jetzt habe ich ihn aber, es gibt noch einen Hut, ja, ja, der Hut gibt Glück, der Schal gibt irgendwie nur Lack auf, Weizen und so, auch wenn es gerade nicht funktioniert hat, keine Ahnung, weitere 50 Euro von verwirrt Jonas, Alter, kauf dir was Schönes, aber Jonas, wirklich jetzt absoluter Hyper-Donation-Verbot für dich, Alter, aber vielen, vielen Dank, das ist sehr, sehr, sehr krank, ah, Angeln kann auch sein, Glück beim Angeln, ja, true, aber dann, aber da steht angebaute Blöcke, angebaut, das ist ja, angebaut ist so Essen, würde ich sagen, oder? Aber ich check's auch nicht ganz, Leute, muss ich ehrlich zugeben, äh, vielen, vielen Dank Jonas, sehr, sehr krass von dir, Joel, ich kill Logo nicht, chill, danke für 3 Euro, Julius mit der Mitgliedschaft, und die Gamerin LGBTQ Likes Meisterschaft auch, schau dich seit 8 Jahren, du bist ja auch eine kranke Stammzuschauung, jeden Stream am Start weiß ich ganz genau, vielen, vielen Dank, äh, für die 5 Euro, und Thomas Müller mit 6 Euro, Alter, der echte Thomas Müller, ähm, das ist sehr, sehr nett von dir, natürlich, wir können Flugheim jetzt Flugheimern nennen, das ist, äh, super, ähm, Thomas Müller hat geschrieben, wie kann ich Miki wieder, äh, einfach auf das, so wie du spenden kannst eigentlich, äh, einfach auf das Symbol neben dem Stream drücken, auf das Dollarzeichen, da müsste es gehen, Flugheimer, es hat wirklich beide Armbosse kaputt gemacht, es ist ja wirklich, Flugheimer und Kartoffelbrei, wo meine beiden anderen Haustiere sind, weiß ich leider nicht, ähm, Leute, ich kann, weil manche schreiben, ich kann ja den Code ändern, vom, ähm, von der Tresortür, nee, weil der, ihr dürft nicht vergessen, der Besitzer ist jetzt easy, ich kann mit dem Teil gar nichts mehr machen, ich kann nur noch den Code eingeben, sonst kann ich, ich kann das Ding nicht abbauen, ich kann den Code nicht ändern, das gehört mir nicht mehr, es gehört easy, easy kann damit machen, also, man kann den Warden mit der Sniper Rifle töten, oh yes, Sniper Rifle, ich muss euch nochmal zeigen, wie viel Damage das Ding macht, ich liebe die Sniper Rifle, voll aufgezogener Damage mach ich, 39,5, Boah, 39,5 K Schemmschaden, Alter, geile, 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 so, ich drück mich ein bisschen davor, das Obsidian abzubauen, muss ich ehrlich sagen, wo ist das Stylegeld, das haben wir abgebaut, aber es kommt woanders wieder, wo ist der Aktenkoffer von Logo, den hab ich ihnen, glaube ich, wiedergegeben, ich bin mir nicht sicher, Joe mit 5 Euro, für mit Behutsamkeit abgebaute Blöcke und dann abbauen, der Schal, Boah, Joe, das ist, glaube ich, also ist, ja, macht von der Formulierung her Sinn, aber ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert gedacht, ich glaube nicht, dass das so funktioniert, ehrlich gesagt, du hast den Weizen abgebaut, nicht angebaut, ja, ist ein Ding, ist ein Ding, Glück auf, Glück auf, an, der Blockzerstörer kann nur verhärtete Blöcke, ähm, abbauen, ich kann dem Blockzerstörer solche Blöcke hier nicht abbauen, ähm, weißt du, wo Logos Geheimlabor ist, ja, ist ja, aber jetzt auch kein Top-Secret-Geheimnis, oder, ähm, Pikachu mit, Sad Pikachu mit der Mitgliedschaft im 27. Monat, geil, 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 ähm, genau, was, also, Glück auf angebaute Blöcke, was könnte das bedeuten? Platziert auch Wasser und das Kartoffelbrei abbauen. Naja, das ist mir zu risky, der stirbt nämlich ohne, Bruder Nico, nein, 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 da musst du ein Rück, das wird zurückgezogen, das Geld, Alter, 120 Ocken, nein, nein, Nico, das ist, das ist, also, Bruder, das ist so viel, nein, 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 da, da, das ist Rückzieherheimer, sage ich. Elina ist da, Elina ist gar nicht da, Elina ist im Chat, oder was? Also, vielen Dank, Nico, aber ich hoffe und rechne mit einem Rückzieher, mein guter, ich schätze, dass du so ein ehrlicher Mensch bist, das vielen lieben Dank, wobei man fairerweise sagen muss, ob ich jetzt so ehrlich bin, weißt du ja eigentlich gar nicht, also, ich bin schon ehrlich, ist mir schon, ist eine sehr wichtige Eigenschaft, aber, ne, im Internet immer schwierig, sage ich mal, safe Rückzieher, ja, aber ich hoffe auch auf diesen Rückzieher, sage ich auch ehrlich, Alter, Leon, der Pro für zwei Euro, vielen Dank, Paul mit der verschenkten Mitgliedschaft, vielen Dank, du kannst noch so einen Namen und Code machen drin, nee, nee, ich mache das mit Fabi zusammen, das ist einfacher, das ist, am Ende klappt das dann nicht oder so, und dann hängen, ich will halt da, ich darf mich da auf gar keinen Fall einsperren, das ist ein bisschen schwerer, und Rahima, äh, Melak mit einem weiteren Euro, vielen Dank, aber Nico, also, sehr, sehr, sehr großzügig, ne, aber auch zu viel, sage ich ehrlich, aber, groß, das arme Star geht, ja, es wird auch wiederkommen, Leute, macht euch keine Sorgen, kannst du eigentlich die Sniper Rifle Benzern auf dir upgraden? Ähm, guter Call, lass mich das mal kurz checken, Sad Pikachu verschenkt fünf Mitgliedschaften, sehr, 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 sehr lieb von dir, Thomas Müller, äh, äh, weiß ich nicht, okay, weiß ich nicht, aber cooler Stream, vielen Dank, Thomas Müller, bin nicht der richtige Thomas Müller, aber ich heiße, also, das war schon ein Joke, es ist mir schon klar, dass du nicht Thomas Müller bist, also, aber vielen lieben Dank, mein Guder, sehr, sehr großzügig, auch von dir natürlich, Sad Pikachu, auch sehr, sehr großzügig, ddddd, FFF mit der Mitgliedschaft, Lars Bilo mit zwei Schweizer Franken und Nikola mit der Mitgliedschaft, ja, das mit der Enderperle haben wir bereits, äh, auch schon besprochen gehabt, ihr kommt ein bisschen zu spät, Leute, die Themen hatten wir alle schon, Menschen-Scanners, warte mal, das will ich mir aufheben, weil das ist irgendwie okay, äh, wir bauen weiter ab, Lina hat geschrieben, dass wir das spamen sollen, hey, Lina, schreib mal, komm mal, TS, Alter, oder chillst du gerade mit dem Handy auf der Couch, muss kurz was snacken, Leute, tut mir leid, Wann wird, äh, Nether freigeschaltet, ähm, wo ist Mr. X, warte, Mr. X ist doch hier, was willst du denn, von Mr. X ist wieder weg, so, aber, hm, vergiss nicht zu trinken, wichtig, ich trinke, Water, Logo in dem Podcast, ey, wir haben wirklich überlegt, ach, äh, jetzt habe ich es gar nicht gesagt, äh, Portal wird morgen aufgemacht, morgen, glaube ich, wir haben das noch gar nicht, ich glaube, Logo und ich haben das noch gar nicht den anderen gesagt, ich glaube, morgen Nachmittag wird aufgemacht, also werdet ihr es dann, Dienstag sehen, hm, ich weiß aber gar nicht, oder vielleicht wird es auch noch einen Tag später, wir machen es als Event alle gleichzeitig, ich weiß nicht, ob wir es alle gleichzeitig machen wollen, mal gucken, ähm, ich mag Fritt mit der Mitgliedschaft, Blitz mit der Mitgliedschaft, und Martina mit einem Eurofinigen, danke, ganz gut, tun, ey, äh, äh, mh, ja, genau, wenn trinkt Wodka, also erstens hast du Wodka wirklich komplett wild geschrieben, auch wild falsch, jeder Buchstabe ist falsch, ich glaube, du hast es geschafft, in diesem Wort jeden Buchstaben falsch zu schreiben, das ist ein wilder Call, aber ist auch gut so, in so einem jungen Alter sollte man auch vielleicht gar nicht wissen, wie man Wodka schreibt, sage ich ehrlich, Alter, aber, ähm, ja, nee, nee, es ist Wasser, keine Sorge, ich trinke jetzt kein Wodka, ich habe das letzte Mal Wodka getrunken, Alter, lange, lange her, lange her, ah ja, Podcast, genau wollte ich erzählen, ähm, wir planen Gäste, wir planen Gäste, was wären denn Gäste, die ihr euch wünschen würdet für den Podcast, die jetzt nicht aus unserer Freundesgruppe sind, also schreibt jetzt nicht irgendwie, Logo Gambo Fabi E, also ne, wo ist er eh dabei, lol, ähm, Easy Flow oder irgendwie sowas, schreibt mal, ähm, MrBeast, Bruder, auf Englisch aufentspannt, Alter, auf gar keinen Fall, ey, mhm, Gronk, Gronk ist gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt, ich bin ja im Management von Gronk, ich weiß nicht, aber das ist auch für euch jetzt nicht so interessant, das ist eher so Business im Backstage quasi, aber es wäre jetzt nicht abwegig, Gronk als Gast, äh, glaube ich, zu haben tatsächlich, das wäre schon ne, das wäre schon ne dumm geile Folge, Alter, mit Gronk, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, also, ich fühl, ich würde das komplett fühlen, aber ich weiß nicht, ob alle Zuschauer, also, weil Gronk schauen ja schon ältere Leute, also, ein deutschlandlicher Gronk Zuschauer, Bruder, der ist 30 oder so, sage ich, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt so krass viele von euch was mit Gronk anfangen können, aber ich würde es krass interessant finden, auf jeden Fall, hallo Jasmin, hallöchen, ja, okay, ihr könnt jetzt auch finden, Namen zu schreiben, Leute, also, ich habe die Namen gelesen, danke, ihr müsst jetzt nicht hier stundenlang Spap, Kuss, äh, Braindude mit dem Euro, Nico mit 2,50, vielen lieben Dank, Leon, ich vermute, das heißt Gamer ZTT oder so, äh, Miki Chub, vielen lieben Dank, so ein richtiger Fortnite, Tryhard mit TT im Namen, wild, 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 nee, warte mal, das war nicht T, das war TTV immer, die Tryhards, oder? Zombie mit 2 Euro, vielen lieben Dank, Klatsch, Logo, Joel, du bist ja richtig wütend, Alter, ich werde jetzt Logo hier nicht einfach so killen, und du hast so einen gezielten Schuss mit der Sniper Rifle? Nein, 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 ich will ihn jetzt auch nicht nerven, Travis Johannes mit 2 Euro, Eli X Gaming mit dem Schweizer Franken, Team Rot, Stammzuschauer mit 10 Euro, vielen lieben Dank, Kannst du öfter Livestream machen? Ja, werde ich sicher machen, dann lad den Bogen nicht voll auf, ja, dann fliegt der aber auch komisch, glaube ich, bin mir nicht sicher, außerdem ist ja ein Plagegeist gemurft, Alter, den da zu treffen ist schwer, der stirbt alle 2 Minuten, keine Level, ja, Pi mit der Mitgliedschaft, warum ist Ibu eigentlich nicht mal dabei in Roblox? Naja, also Ibu ist ja meine Assistentin, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so krass wisst, aber ihr müsst ja eigentlich vom Podcast, das heißt, sie managt so alles für mich, äh, businessmäßig im Hintergrund, äh, sie managt aber auch ein bisschen privat für mich, sie managt zum Beispiel alles mit, ähm, mit meinem Hausbau, macht sie alles, also klar, ich entscheide schon, wie das Haus aussehen soll und was ich haben will und so, das ist klar, aber so alles, was so Verträge sind, alles mit meinen Anwälten, äh, mit der Wohnung, die ich gekauft habe, Verträge, Steuern, bla 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 bla, macht alles Ibu, ne, ist halt brutal viel, alles mit meinen Geschäftspartnern auch und so, macht Ibu, Merch macht Ibu, äh, Bücher macht Ibu, Placements, also wenn ich mal so Werbung mache, macht sie alles eigentlich, paar so Privatsachen auch, ähm, ja, deswegen, die hat keine, hat einfach keine Zeit mehr für, ähm, für, äh, Roblox. Jamil ist mein Cutter, ja, das ist richtig. Ist Ibu, deine Cutterin, na, nee, nicht so, also war sie immer lange, aber, Ben einfach arbeitslos, wege, Ibu, hallo, ich nehm doch hier Videos auf, was soll das denn? Eigentlich, eigentlich hätte ich das Stargate noch so lange stehen lassen, wartet mal, ich kann aus dem Stargate das Dorfportal machen, dann baue ich das wieder auf, so irgendwo, vielleicht so da irgendwie so links, neben Fabo vielleicht, und dann mache ich, ähm, daraus das, also Obsidian-Portal, oder? Das, das wäre doch eine coole Idee, oder? Okay, er hat mich überzeugt, ich mache einen Schuss, einen. Wenn ich treffe, okay, dann ist er auf jeden Fall tot. Wenn ich nicht treffe, dann hat er Glück, dann ist es egal. Wer hat das gecheckt? Er ist halt ein Plagegeist, es ist halt brutalst schwer, ihn zu treffen, überhaupt zu sehen, hat er. hey, ihr habt gesnitcht, glaube ich. Keine Ahnung, wo ist er ehrlich gesagt, Alter. Mann, ey. Okay, wir machen taktischen Rückzug. Danke, Banks Champ, für die Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Der ist despawned, Alter, ich schwöre, ey. Warte, oben ist er. Jetzt aber. Alles war nix. Ich kann den Bogen haltig unendlich gezogen halten, das ist ein bisschen das Problem. ist ein bisschen das Problem. Eine Spende. Warte, der Wohne so laut, ey, reicht's jetzt wirklich. Ein Schuss von hier. Nie im Leben treffe ich den. Eine Spende. Sniper Rival, hat er das überhaupt gecheckt, Alter? Ähm, genau. So, wir müssen ein paar Sachen jetzt verschieben hier. Wir müssen ein bisschen Platz machen für das Haus, was ich hier bauen will. Eine Spende. Das heißt, wir machen den Verzauberungstisch, würde ich sagen. Mach mal hier. Eine Spende. Äh, Betten. Wirklich, die Keksdinger waren voll. Irgendwelche Fettsäcke haben die ganzen Kekse gegessen, Alter. Ich hab nicht einen Keks davon gegessen. Kekse mit mir hat Elina mir geschenkt. Warte mal, dann nehmen wir die Kekse einfach hier raus. Und da rein. Und dann das abbauen. Und schön gegen meinen Mülleimer. Zack. Purple Master mit 2,50. Vielen, vielen Dank. Ben hat nachgelesen, der Lucky Scarf bringt Glück. Okay, dann ist das natürlich sehr ärgerlich, dass ich den gerade nicht getragen hab. Okay, dann ist das, aber dann gibt es ja zwei Glückssachen, weil es gibt noch einen Hut, der Glück bringt. Ey, Artefakte sind schon big, Ohne Witz. Ich kann's jetzt, warte, wir können's ja testen. Wir können's testen. Hm. Ja, ja, safe mit Eisen. Wartet. Wir müssen ja nur ganz schnell mal Eisen finden. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wir gehen einfach mal hier in die Höhle. Da wird ja irgendwo ein Eisen noch sein. Warum zum Teufel sind hier Bison so ein Affenbruder? Felix mit 6 Euro. Vielen, vielen Dank. Äh, Logo streamt auf Twitch, glaube ich. Ähm. So. Ah, hier gibt's ja Ah, hier gibt's ja einfach Zugang zum Hexenkeller? Okay. Also so geheim ist der, also der ist ja stadtbekannt inzwischen. Da ist ne Höhle. Ähm. Du kannst für den Bankraub auch ein State Chamber mit Enderperle bauen, die mit einem Daylight Sensor gekoppelt ist. Ah ja, damit ich mich zurückteleportieren kann, meinst du? Ja, ja, aber das ist alles halt sehr kompliziert gedacht. Also ich kann ja auch einfach Fabi fragen, oder? Ist das nicht irgendwie ein bisschen einfacher? Kupfer, aber ich weiß nicht, wie viel bei Kupfer droppt. Da kann ich das Glück nicht so gut testen. Das ist ja ein bisschen random. Eisen ist halt am besten, weil Eisen droppt eins. Da kann man uns gut, äh, gut testen, wisst ihr? Auch ein Skateboard-Arze, vielleicht droppt er ein Skateboard, wenn wir Glück haben. Erstmal gucken. Flame, oha. Holen wir uns. Und jetzt Gilbert, Pizza gedroppt, nehme ich. Aber Eisenhelm brauchen wir nicht, das kann weg. So, ich brauche eine Höhle mit Eisen. Oh, ein paar Hühner. Ich brauche noch Federn, ey. So. Saskia mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank. Aber du bist auch Stammzuschauerin, oder? Jona mit dem Euro. Ja. Ich brauche Eisen. Das ist doch alles hier so Kogge. Ich brauche doch nur Eisen. Egal, ist ja voll ausgerüstet, der hat es. Könntest du kurz updaten, was los ist, generell? Du meinst jetzt, wir im Stream, ich habe das Stargate abgebaut, jetzt suche ich gerade A-Eisen, denn ich will den Schal testen, ob der Glück gibt, weil der ist so komisch formuliert, aber einer im Chat meint, der hat nachgelesen und es gibt Glück. Den testen wir jetzt. So. Ich habe den Schal ausgerüstet, wir legen los. Warte, ich muss noch was nehmen, was kein Glück hat. Das heißt, hier die Eins, ne. Eins, ne. Eins, ne. Oh, doch, da kam jetzt mehrere raus. Na ja, kann es nicht wegkommen. Ich habe vier Stück aus drei Erzen bekommen, oder? Oder waren es zwei Erze? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin dumm. Okay, warte, warte, warte. Okay, wir zählen jetzt mit, ohne zu gucken. Also, wir haben jetzt vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wie viel haben wir im Inventar? Fünfzehn. Ja, das gibt Glück. Geil, 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 Und wenn ich jetzt hier noch ein Artefakt für meinen Job kriege, noch geäuler. Schade. Boah, hey, dir geht es aber gerade ab. Albert Einstein mit der Mitgliedschaft, Lea mit einem Euro 50, vielen Dank, und Blitz mit einem Euro auch, vielen Dank, an dich. Man, hätte ich das mit dem Glück mal eher gewusst, ey. Oh, hier, big, 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 big. Vielleicht Artefakt? Ne. TNT. TNT. Ja, den Bogen brauche ich ja eh nicht mehr, Alter, ich habe eine Sniper Rifle. Okay. Na gut, wir gehen zurück. Das wollte ich nur kurz testen. Ey, warte mal, da war da noch eins, oder? Ja, Undercover. Boah, da hat es einen Artefakt gefunden. Ja, komm, zwei, komm weg. Okay. Vielleicht finde ich noch mehr. Ey, der Artefakt-Shop, das war so eine gute Idee von euch, ne, da habe ich richtig Bock drauf. Hier haben wir noch eins. Die hast drei zum Glück. Oh, nochmal zwei. Ne Menge Bread, Alter. Neh mal mit. Smarag, ja, mal kurz Platz. Ja, Smarag brauche ich aber jetzt so gesehen auch nicht. Schweizer Gaming mit der Mitgliedschaft, vielen, vielen Dank. Und Hanno EGG mit 2,50 Euro. Wieso fragen so viele Leute nach Walls 2? Einfach, weil das ein Jahr her ist, oder gibt es da irgendwelche News, von denen ich nichts weiß, Leute? Könnt ihr mal kurz Statement dazu geben? Eine Spende. Okay. Geh mal zurück, würde ich sagen. War doch ein sehr erfolgreicher, schneller Run hier. Wie komme ich jetzt hier hoch? Mich schmatzt doch gar nicht. So. Okay. Okay, wir müssen mal wirklich kurz aufwarten. Okay. Spawnpunkt setzen, wichtig. Ich kann mal die Nacht skippen direkt, wenn ich dabei bin. Easy ist online. Echt? Hä, stimmt da gar nicht. Warum ist mein Name grün? Weil du Mitglied bist. Weil du wahrscheinlich eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen hast von jemandem. Kannst du dich wahrscheinlich von Z Pikachu oder so, keine Ahnung. 5 Euro von Aileen. Vielen, vielen Dank. Und 1 Euro von Andreas. Och, vielen Dank gar nicht. Und Aileen ist auch Mitglied back to back. Dankeschön. Was isst du? Ja, ist jetzt keine Werbung, aber ich bin übelst Fan von diesen Nutella-Biskuits. Sieht man die? Die schmecken echt, das ist, boah, geil, 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 geil. Da bin ich sehr großer Fan von, muss ich ehrlich sagen. So. Ja, wir müssen alles ein bisschen so auf diese Seite verschieben. Hier habe ich ja auch noch ein bisschen Platz. Boah, es sieht schon, es sieht schon, hä? Was ist hier denn los? Da hat jemand mein Feld gegrieft, Alter. irgendein Sockgesicht. Hup. Was ist denn da angepflanzt? Weizen. Hup. So, ne, mein Inventar jetzt gleich mal aufräumen. Ich kriege gleich einen Nervenkollaps in meinem Inventar wirklich. Ähm. Na, ja, tatsächlich kann das gegen Mülleimer. Perfekt. So, und das, und das muss natürlich raus. So. Okay. Also, Kamera tun wir hier auch in den Rucksack. Äh, da brauchen wir aber auch Papier. Wir brauchen Paper. Papier, Papier, wir brauchen Papier. Sag mal, wurde hier, wurde hier Laub abgebaut? Irgendwie so aus, ne? Ja. Geben Sie mir hier Papier. 2,50 Euro von Hanno. Wer ruht, ja, wenn du wieder mitmachst. Also, ich weiß, ist das nicht geplant, aber, keine Ahnung, ich wurde zumindest nicht gefragt. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall. Äh, Lea mit einem Ruf, wenn du dich, vielen Dank. Mein Name wird wie Sch ausgesprochen. Jona cool. Jona, oder was? Jona, ach, Jona. Machst du so? Danke. hast du den Drip. Alter, ich sehe ja übel scheiße aus, hä? Ah, übrigens, wir hatten doch drüber geredet, wegen des Schals, ne? Ja. Ja, der gibt einfach Glück. Das ist einfach, scheiß Übersetz halt. Ah, ach so. Und hast du auch den Hut? Ne, ne, aber das ballert dann bestimmt übel, wenn man beides hat. Ich habe gehört, du wolltest mich abschießen. Hab nur einmal gemacht, aber nicht getroffen. Aber vielleicht wollte ich ja auch nicht treffen. Denkst du wirklich, die Sniper Rifle schießt einfach so vorbei? Na, wenn dein Bogen nicht zehn Jahre zum Spannen bräuchte, hättest du vielleicht mehr geschossen. Ja, ist okay. Scheiß drauf. Wow, drei Hühnchen aus einem Ei. Ich habe, nein, zweimal hintereinander vier. Und du weißt genau, dass das mein Rekord ist. Du brauchst das nicht ins Lächerliche ziehen. Ja, stimmt. Das habe ich im Hinterkopf, weil du erwähnst das ja auch jeden Tag fünfmal. Es ist doch auch krass. Du bläuchst den Leuten ja auch immer die Sachen ein, indem du den Leuten immer 5000 Mal das Gleiche hast. Weil was ist so eine legendäre Story? Wusstest du? Das ist der Barron. Ja, komm. Ich glaube, die Beweisfotos, die zerstören wir mal kurz, Leute. So. Was? Hä? Was? Na, drip mal hier eine Runde weiter. Du drippst so heftig. Wenn du noch ein bisschen weiter drippst, dann zerfließt du. Na ja, so nämlich. Was ist denn dein steckstes Schwert eigentlich nach deiner Sniper Rifle jetzt? Hast du dein Schwert auch so geupgradet? Nee, also das ist auch geupgradet. Hier kann ich dir zeigen, aber nicht so krass. Also es ist schon, ist halt gut. Ich habe halt schon Damage 3 draufgepackt. Ah ja, ich bin gar nicht Richtung Damage gegangen. Warte hier, nimm mal raus, ich packe mal meins rein. Schlag, Schwindigkeit oder was? Ich bin nur auf Schwungkraft bis jetzt gegangen, ja. Schwungkraft? Also nee, Schwung, Geschwindigkeit. Ach so, ja, ja. Schwungkraft ist ja nochmal was anderes. Alter, was ist denn da alles drauf, Junge? Ja, ja, ja. Na, wir können ja mal kämpfen. Waffe testen, wenn du willst. Deine gegen meine. Ja, wir brauchen gleiche Rüstung. Du brauchst Full Dia dafür. Ich vermute, wann ich das erst. Full Dia? Oder nee, warte, ich mache mal die Rüstung. Oder wollen wir... Ich habe zwei Eisenteile und ich sage dir ehrlich, ich glaube, wenn du mich jetzt einmal mit dem Schwert schnürst, das aufbricht. Ja, wir können auch Full Gold machen. Und ich habe hier genug Gold. Hast du eine Rüstung? Ja, ja. Also... Was hast du denn auf deiner Dia... Ach, du hast noch gar nichts auf deiner Dia Rüstung, ne? Ja, das Ding ist ja... Ja, mit Rüstung ist halt schon krass, wenn man Armor Penetration hat, ne? Das ballert. Aber habe ich nicht. Hast du? Ich habe Anti-Heal. Ja, wir haben jetzt einfach zwei Gold-Teile, das passt schon. Okay, ich habe vier Rüstungspawns. Ja, ich auch. Ah, ich könnte aber... Ach nee, ich habe leider mein Obsidien-Schwert nicht dabei, sonst hätte ich das in die Offenheit. Okay. Bist du ready? Ja. Okay, let's go. Machen wir ohne Crit mit Crit? Na, egal wie, ja. Okay. Ich glaube, du bist One-Shot, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, der Haken gibt, glaube ich, keine Angriffs. Der gibt nur XP, ne? Ach so, warte. Nee, warte, ich ziehe die aus. Ja, ja, warte, warte. Aber dann mache ich meine Kralle auch weg. Warte. Ich habe meine Kralle ausgezogen. Ich habe nur einen Rucksack jetzt. Ja, ich auch. Du hast nur eine Kralle, sonst nichts? Ja. Oh, das ist ja gut, dass ich bald einen Artefakt-Shop aufmache, Mensch. Toll. Hier wird man wirklich, also hier wird man arm. Ich habe noch nicht mal bei Gambo mit den Hüten eingekauft. Okay. Ich bin bereit. Okay, let's go. Boah, Alter, ich blute. Boah, das war aber brutal knapp, ne? Ach so, er sponnt ja nicht mehr bei mir, weil ich mein Bett abgebaut habe. Aber es war knapp tatsächlich, ne? War arschknapp sogar, anderthalb Herzen. Was war denn so im Inventar? Ey, der hat sich sogar, der hat ja hier komplett, der hat sich ja hier so viele Tools gemacht. 440, 382. Das merkt man uns. Eine Spende! Drei Herzen. Anderthalb sogar nur. Oh. Das war arschknapp. Wegen dem Bluten. Ja, das hat Hügel reingeknallt, Alter. Und ich habe ein Ding drauf, dass das von hinten mehr Damage macht. Aber ganz ehrlich, wann kommst du denn immer in einem PvP-Kampf hinter einen? Na, gar nicht wahrscheinlich. Hier deine Goldrüstung. Kannst du gegen Mülle einmal schmeißen. Nein, wie, du willst sie wegwerfen? Ach so, ja, dann behalt es ein Geschenk. Ja, ich habe die, aber was soll ich mit Gold? Na hä, für den Drip? Warte mal, ich habe mir hier... Warte mal, habe ich... Habe ich ein Skateboard-Board? Ne, ne. Du siehst halt, weiß ich nicht, du kannst gar nicht mehr anlegen bei dir, oder? Ne, ne, ich habe alles voll. Du hast zwei Krallen. Boots, Kette, Schädel. Ich habe einen Hut. Schädel. Rucksack. Du hast ein NPC-Ding obendrauf. Rucksack. Hast du mal einen Rucksack freigeschaltet? Den könntest du ja mal ändern. Ja, stimmt. Ich habe wirklich, ich habe jeden Slot voll. Naja, ich habe Schuhe, habe ich jetzt so gesehen, kosmetisch nicht. Aber dadurch, dass ich ja das Ding da habe, würde man die eh nicht sehen. Warte mal, das mit der Rucksack, ja warte mal, habe ich noch nicht gemacht. Ne, anpassen. Ich habe nicht viel freigeschaltet, leider. Ich habe nur Papierkarton, klassisch. Ich glaube, bei dem, was bei dir richtig geil aussehen würde, wäre, glaube ich, die Rakete. Oder Pegelin-Pack. Oh ja, das sieht auch cool aus. Das würde, glaube ich, auch gut passen. Das wäre, glaube ich, so richtig Gucci-Bag noch, was bei dir fehlt, nachdem du gerade so fresh aus dem Mode-Shop raussteppst und auf den Laufsteg. Ich nehme das, das passt eigentlich auch ganz gut. Äh, er hat es nicht übernommen, oder? Ah, speichern jetzt. Ah ja, der sieht schon deutlich besser aus. Hm, das ist eher deine Tasche. Ich habe schon, ich habe schon, auch wie meine Goldkette so ein bisschen rausguckt. Hat schon was, hat schon was. So, ich muss Flo jetzt... Ich bin mit meiner Mülltonne fertig. Ja, sag mal. Ich muss mal Elina fragen, ob sie mir beim Texturing helfen kann. Ja, da geht es safe noch was. Aber sie sieht schon nice aus. Na ja, halt wie eine Mülltonne. Ich könnte oben ganz viele geothermale Schlote... Ja, ja, das wollte ich auch kaufen. Das wäre auch eine coole Idee. Dann süppst du die ganze Zeit oben raus. Ich glaube, es wäre vielleicht cool, aber ich weiß nicht, ob man es geil hinkriegt, dass man den Deckel so halb offen baut und dann lässt man das so raus suchen. Also, ich sage dir, das kann sicher cool aussehen. Wenn man es... Ja, aber ganz ehrlich, das kriege ich nicht hin. Nee, das schräg zu bauen ist schwierig, ja. Ja, dann können wir es ja jetzt nuken, oder? Flo hat einfach auch aufgegeben, kann das sein? Der lässt jetzt einfach das Tetra-Zeug hier. Der hat sogar noch dieses ganze... Ich habe ja immer noch seinen Haul... Ähm... Dreh dich mal kurz um, bitte. Ich dachte, Mr. X war... Dreh dich mal kurz um, bitte. Ja, kannst du dich wieder umdrehen? Ich habe sein Haustier, ich bin Mr. X. Du hast jetzt das einzige Auge, was man noch sieht, ist bei dir auf dem Hinterkopf wegen diesem... Ja, ich kann auch hinter mich gucken für die Snitches, für die Verräter. Oh mein Gott, keine Backstabs bei Mr. X. Ja, ja. Ich habe sein Haustier seit einer Woche. Ja, der war auch seit einer Woche, glaube ich, nicht mehr online hier drin, hast du das gesehen? Wir haben auch das hier zugebaut. Was war da vorher? Na, da sind seine Kisten dahinter. Achso. Der hat komplett losgelassen auch, der Junge. Ich glaube wirklich. Der hat aufgegeben, ist vorbei einfach. Mann, ey, der Arme. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ganz ehrlich, wenn das noch so zwei Tage steht, wenn er das jetzt nicht die Woche fixt, dann repariere ich das, glaube ich. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es hier ein bisschen abbauere. Also, das vorne würde ich definitiv wegmachen, aber ich ersetze nicht die blaue Melone, Alter, da werde ich verrückt. Ja, aber das war es doch auch gar nicht. Du, das war doch Gambo, oder? Ja, aber trotzdem. Weiß nicht, vielleicht ist es einfach zu viel für den Arm. Flo, einfach jetzt in Therapie. Kann ja bei Fabos Tutorialhaus einziehen. Dreh dich mal kurz rum. Jo, Logo, ich bin wieder da. Ah, hi. Warte, warte, er fällt mir was ein. Ich muss eigentlich noch was machen. Mann, wirklich, Wladimiro wurde viermal gekillt oder so. Eigentlich müsste der in den Knast dafür, ne? Ach, ich habe ja keinen Amboss mehr. Wie kann man zwei Ambosse, zwei Ampen, Alter, an einem Tag kaputt machen? Boah, da hat der worden aber geschnieft, Junge. Geheime... Ich glaube, hat man das gerade irgendwie gesehen? Habe ich das auf Band? Ich glaube, mir ist gerade ein Stack dort verschwunden. Hä? Ja? War das schon immer so? Ah, da ist er wieder. Neul. Also, das packt manchmal so rum, meinst du? Und das war einfach weg gerade. Wie von Zauberhand. Ich bin ehrlich. Ich dachte, du bist mir böse gesonnen und ich habe da vorne eine Erdminen aufgebaut. Jetzt habe ich es gesagt, aber ich bin ehrlich. Jetzt habe ich es zugegeben. Ich habe sie gerade abgebaut. Etwa da. Hey, aber du hattest eine Fernzünder für diese Koordinaten. Hä? Ich kann Miner nicht mehr anzünden. Aber als ich dich gekillt habe, habe ich da reingeguckt. Da war eine Fernsteuerungseinheit für diese Koordinaten. Ach nein, da habe ich gestern was getestet. Das ist aber eine Minensteuerung. Ach stimmt, damit kann man ja auch die Dirtminen steuern. Warum hast du hier einfach eine Mine platziert? Na, ich dachte, du hast es auf mich abgesehen. Ich war super Paarolid. Ich habe fünf Minuten nur aus der Tür rausgeguckt, weil ich dachte, du snipest mich gleich, weil dein Bogen, egal was ich anhabe, er one-shottet mich. Ja, nee, mit dir, mit Full-Encharted, dir oder nicht? Ich habe sogar, wo ich in die Mülltonne rein bin, habe ich an die Decke geguckt, weil ich Angst hatte, dass du im Morph mit gespanntem Bogen ready, um mich abzuschießen. Nein, das Ding ist, das ist ja der Scheiß an dem Bogen. Den kann man nicht ready sparen. Weil, guck mal, ich ziehe den jetzt auf. Jetzt ist er aufgezogen, jetzt läuft da mein zweiter Balken und jetzt ist er wieder weg. Ich kann nicht auch angezogen damit rumrennen. Da fehlt mir der Bizeps. Ich glaube, das wäre dann vielleicht besser gewesen, wenn du in eine Armbrust investiert hättest. Ja, naja, jetzt ist es zu spät, ne? Jetzt gibt es keinen zurück mehr. Mir ist da was im Fleucht. Das bläbe auch. Ich habe bläbe auch. Warte mal, das können wir... Oh, das ist ein High-Seller im Shop, glaube ich auch. Geil, geil, geil. Froskissen? Ja, aber wie willst du denn so viele Artefakte bekommen? Du kannst sie doch nur finden. Ja, guck mal, meine Kiste, also überviele habe ich jetzt nicht, aber ein paar schon. Junge. Ja, es gibt welche, die habe ich auch noch nicht. Ein paar sogar. Den Glückshut habe ich noch nicht. Den hat Ebro. Vielleicht kannst du den ja abtauschen. Äh, ja. Es gibt noch mehr Sachen. Ich habe auch drei Totems. Kann auch, ob ich die her habe, aber ich habe sie. So ein Obsidien-Schädel ist auch praktisch. Vor allem, wenn man die ganze Zeit mit Blaze-Rod-Spitzhacke abbaut. Ja, ja. Selben, ich auch. Ja, ich muss das mal ersetzen. Ich ersetze das durch diese Stahlsträger. Aber hast du da in, ähm, hast du da Phantomhaut drüber oder so, oder Leder? Weiß ich gar nicht schon mal. Ich habe nämlich drüber, ja, du musst das mal, ich habe das mit Leder ummantelt und dann, also das reduziert dann die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, extremst. Ah, warte, da wollte ich noch was nachgucken. Wo ist denn meine Holosphäre? Ja, ich bin gelauber, aber ich werde in Zukunft einfach nur noch dieses Repurposed Beam benutzen, also diesen Stahlträger, weil da passiert gar nichts. Da hast du auch mehr Slots. Ich glaube, das ist auch das zweithöchste, was du upgraden kannst. Das andere ist, ähm, glaube ich, nur noch die End-Rod. Na, End dauert ja noch ein bisschen. Wo habe ich denn meine scheiß Holosphäre, Alter? Also eigentlich, dass die weg ist. Die kann gar nicht weg sein, ich bin ja nicht gestorben, was soll sie denn sagen. Oh, sag nicht, ich habe es auch so gegen Stacheldraht geschmissen. Ich schiebe gerade in die Psychose. Hast du so eine Holosphäre? Ähm, ja. Oder kann man die craften? Die kann man craften. Redstone-Lampe und vier Metal-Scrubs. Redstone-Lampe, ey. Das ist die nächste Frage. Schafft jetzt mal eine Redstone-Lampe? Glowstone-Block und ringsherum Redstone. Ah, perfekt. Danke. So. Hast du es? Guck mal, bei mir. Vielleicht liegt da auch noch einer. So, ich wollte nämlich mal was nachkommen. Ich hatte vorhin einer was gefragt. Also, ich habe jetzt ein Schwert-Blade. Basic-Blade. Und ich habe Diamant. So. Wir können das jetzt noch verbessern mit... Lass mich mal kurz gucken. Netherite. Ja, das war es. Nur Netherite. Naja, du kannst auch immer noch Warforged und sowas finden. Wenn wir jetzt nächste Woche in den Nether gehen, gibt es da halt ein paar Schematics, die das, glaube ich, verbessern, wenn du Metalle und sowas anwendest. Das Ding ist, oder? Ich mache mal so ein Heavy-Blade, Alter. Das scheppert halt auch anders. Was da macht nämlich... Ah, das gibt es in Gold? Das gibt es in Diamant gar nicht. Nee, das gibt es nur mit Metallen. Unten. Na gut, da macht es ja keinen Sinn. Aber wie viel macht das Netherite? Sieben Schaden. Und meins macht mit Netherite auch sieben. Äh, macht ja gar keinen Sinn. Ja, das ist schon nochmal ein heftiges Update. Ich glaube, das ist extrem abhängig davon, was du für Schematics und was du für Upgrades machst. Ja, ja, es gibt so kranke Sachen. Ich habe auch wieder so viele gefunden, aber richtig viele auch. Ja, ich glaube, da gibt es richtig krasse auch. Ich vermute mal, dass man die krassesten Sachen eh auch erst im End findet. Davon abgesehen. Hm. Ja, weil du halt diese ganzen Rollen und so brauchst, ja. So kannst du ein bisschen was vorlesen, Leute. Also wahrscheinlich auch für deinen Bogen hast du mal unter Fiber geguckt, unter Materials. Hm, ich habe eigentlich das Beste genommen, was ging. Nee, ich meine später dann, unter Materials. Ja. Da ist unter Fiber dieses Dragon Design. Wo bist du jetzt beim Bowstring? Äh, nee, bei Craft und Materials. Das ist ganz unten in der Mitte. Ah, hier. Materials. Fiber meinst du? Fiber und dann dieses Dragon. Hm. Das bekommt man wohl irgendwie vom Ender Drachen. Dance, Reflex. Flex. Wie viel mehr Flex hat das? Ich guck grad mal. Hieroflex. Bogen. Das ist dann, aber das ist dann der, ja, das ist der String, der Faden. Da hab ich aktuell Phantom-Membrane, glaube ich. Naja, gut, gibt dir halt mehr Integrität, aber erhöht jetzt nicht irgendwie Schaden oder so. Na. Ach nee, Hardness. Density. Density ist ein bisschen höher. Und die Flexibilität. Hm. Es gibt halt auch so Sachen, das hab ich zum Beispiel, aber ich hab's halt leider nur für Stein. Es gibt so Expertise-Rollen. Die haben eine andere Farbe. Kannst mal reingucken, das ist diese eine graue. Ah, ja, ja. Ich hab's halt nur für Stein. Da, ähm. Wenn man die platziert, kann man halt, dann sind die Stein-Upgrades, die man macht, gleich besser. Ja, ja, überleg mal, du hast das halt zum Beispiel für Diamant oder Netherite. Ja, ja, für Gems. Boah, das hämmert anders. Das gibt's ja safe auch. Dazu sag ich nur. Aber hier, du hast doch einen Planar-Stabilizer. Can be attached to a forge hammer. Causes major modules crafted with the hammer to slightly improve the stats of the item. Ja, ja, das hab ich gefunden, ne. Das klingt auch strong. Vor allem diese Upgrades gehen, glaub ich, auch nicht kaputt. Außer die Charges. Die muss man rechargen. Aber ich weiß, wo man die rechargen kann. Ja, man muss das aus dem Bedrock ziehen, oder? Naja, du brauchst aber so ein Seeping-Bedrock, so ein spezielles. Ich denk, ich hab das sogar in meiner Kiste. Ah, nee, doch nicht. Nee, nee, das kann man nicht abbauen, das Bedrock. Ich kann das, wenn will, das ist ein Weg. Na, weil ich atmen will. Der Evil-Hacker atmen kann das. Ich geb mir das im Creative. Slash-GIF. Dann hab ich's auch. Na gut. Und wie sehen deine Pläne aus? Kommt jetzt hier das Haus hin, oder? Jaja, ich mach hier grad schon Platz so ein bisschen. Oh. Aber den Altar lässt du stehen, oder? Ja, ich glaub, ich verschieb den einfach nur ein bisschen nach hinten. Hm. Und dann kommt hier meine Baba-Butze hin, ja. Also das muss alles ja hier nach hinten. Ich war hier grad dabei. So ein- oder zweistöckig oder so ein Quader wie beim letzten Mal? Einfach nur so ein Tropfen? Äh, ich weiß noch nicht. Also da hab ich mich noch gar nicht entschieden, muss ich ehrlich sagen. Wird sicher schön. Ach, den kann man auch nicht tragen, das Scheiß-Ding. Na gut, ist eh nicht so wichtig. Ach, der droppt? Hä, ja. Seit wann das denn? Ach nee, dieser andere Tisch droppt nicht. True. Ja, ich mach das jetzt erstmal alles hier auf engen Platz. Ist ja auch egal. Gekocht hab ich auch schon lange nicht mehr, Alter. Ich muss mal wieder kochen. Wir haben auch einen Haufen Koch-Upgrades drin, die also noch nie benutzt. Weil wir haben ja auch dieses eine, ähm, gut, manche sind ja für den Nether und fürs End. Das wird ja erst später relevant. Aber wir haben dieses eine, mit dem man irgendwie diese Unterwasser-Guardians und so kochen kann. Ja, ja. Ey, es gibt's so krass. Du kannst dir eine Hähnchenkeule machen, aber mit dem Enderdrachen. Das ist krass, oder? Das ist echt heftig. Ich geb dir irgendwie Boost, die ist von Endste Light, oder? Ich weiß nicht, was das gibt. Also ich glaub, es gibt so ein paar Effekte. Ist jetzt nicht krank OP, aber... Warte mal, Magma Block. Enderpaela, die gibt einfach eine Minute 30, die Resistenz. So. Warte, Schneidebrett noch. Mach mal hier. Mach mal auf den... Ah, geht nicht. Ah, doch, geht. Nice. So. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz hier. Schick, schick. Die Kisten... Na gut, die Kisten kann ich erstmal stehen lassen. Die packe ich ja eh ins Haus auch. Passt soweit. Ja, den Altar, der muss ein bisschen nach hinten. Und hier am besten irgendwie... mit Erde auffüllen, maybe. Aber ich find's eigentlich ganz geil, dass ich hier so einen Vorsprung hab. Dann kann ich das Haus hier schön an die Kante bauen. Das ist geil. Hier so. Ja, ja, das passt perfekt sogar. Dann brauch ich hier das ganze Haus bis hier hin. Aber dann muss die Farm... Aber die Farm stört ja eigentlich nicht, oder? Aber schon. Aber ich hab doch eigentlich Obsidian hier. Hab ich jetzt mehr Obsidian? Ja. Kartoffelbrei. Hast einen guten Job gemacht, ey. Sag, ich muss ein bisschen was vorlesen, glaube ich. Ich muss ein bisschen was verpasst, ey. Wir haben Gianluca mit einem Schweizer Franken. Vielen, vielen Dank. Jona mit einem Euro. Vielen, vielen Dank. Aileen mit zehn Euro. Vielen Dank. Bau in deinem Bunker ein geheimes Chemielabor, damit du die Hexen kontern kannst. Fünf Euro von Artscraft. Also wir haben auf jeden Fall einen geheimen Mr. X-Bunker bauen. Das steht auf jeden Fall fest. Mal gucken. Patrice Stoll mit einem Euro. Vielen Dank. Joshua mit der Miklitsche. Dankeschön. Und Joshua davor mit der Zwei-Euro-Donation. Ich guck dich schon seit sechs Jahren. Das ist eine lange Zeit, Joshua. Vielen Dank. Hannes Albrecht mit einem Euro. Dankeschön. Artscraft mit einer verschenkte Miklitschaft. Dankeschön. Daniel mit einem Zwacken, Alter. 20 Euro. Vielen lieben Dank. Michi mit einem Euro. Saskia mit zwei Euro. Bin schon seit 2016 dabei. Ja, so wird es auch super. Sag ich doch. Jonah. Euro für ihn. Dank. Wendy. Bin etwas traurig. Hast du mich vorhin überlesen. Oh, Wendy ist zu mir sehr, sehr leid. Aber jetzt habe ich dich vorgelesen. Liebe Grüße an dich, Wendy. Dann haben wir eine Miklitschaft von Diane Wilschukko. Diane Wilschukko oder so. Oder irgendwie. Dank Miklitschaft. Dankeschön. Hanno mit zwei Euro 50. Vielen Dank. Leon mit 1,50 Euro. Vielen Dank. Und den Rest haben wir vorgelesen. Und jetzt ist noch Jack Headbanger. Mit zwei Euro. Vielen Dank. Und Felix mit 2,50 Euro. Gibt es die dicke Bertha wieder? Die dicke Bertha gibt es so jetzt nicht. Aktueller. Was gibt den dicken Boris? Die dicke Bertha müssen wir auch nochmal machen. Leute, die 120 Euro Spende ist schon alt. Das war vor einer Stunde oder so. So, wir müssen jetzt hier irgendwie da am Braustand. So, wir pennen mal die Nacht. Du sagst immer Plagegeist, aber das ist ein LL. Ja, aber das heißt auf Deutsch Plagegeist. Nee, warte mal. Stimmt, ich sage das falsch. Plagegeist sind die, die von Magiern beschworen werden. Du hast recht. Ich sage das die ganze Zeit falsch. Mensch, die Dinger heißen Hilfsgeist. Ich sage immer Plagegeist. Das ist mir nie aufgefallen, dass ich das falsch sage. Na gut, jetzt ist es, aber Leute, jetzt ist die Synapse da. Jetzt werde ich es auch mein Leben lang falsch sagen. Das ist jetzt abgelaufen. So, das kommt in die Tetra-Kiste. Anklageschrift. Ich muss meine Kiste ein bisschen sortieren. Das ist die, das ist das, die Stargate-Kiste. Das ist die Tetra-Kiste. Das ist die Skateboard-Kiste. Das heißt, das muss alles raus. Das ist ja, dass das hier voll ist, ist auch ein bisschen belastend irgendwie. Mini-Melone kann raus. Ja, okay. Pizza. Boah. Fleisch kann man hier mal kurz burnen. Mit Lava. Lava, Lava, Lava. Leeren mit dem Euro. Vielen lieben Dank. Woher genau kommen die Warden-Geräusche? Na, dreimal darfst du raten, Alter. Das ist die, das ist die, die Sicherheit für die Bank. Aber wir können mal ins schwarze Brett gucken, ob es da noch Infos gibt. So, was haben wir denn hier? Vermisst Schinken. Ja, meine Haustiere vermisse ich auch. Suche Bankräuber. Für Hinweise gibt es eine Belohnung in Höhe von 10 Diamanten. Suche meine Bienen. Jemand hat meine Bienen geklaut. Bitte um Hilfe. Belohnung Honig. Grüße, Elina. Vermisst. Ich suche meinen geliebten Toto. Der Finder bekommt 50. Die haben einen Jungen so, wie hat Ryan doch nicht mal, oder? Suche neue Hausfassade, Ryan. Was ist hier? Vermisst. Alle meine Betten wurden, also Ryan liebt ja dieses, dieses Klemmbrett hier offensichtlich, ey. Warte. Ich mache jetzt hier auch was. Ähm. Vermisst. Ähm. Äh. Stinkerheimer und Kartoffelbrei wurden geklaut. Ähm. Belohnung. Eine Million Diamanten und eine Playstation. Ha, ha. Zack. Vermisst. Stinkerheimer und Kartoffelbrei wurden geklaut. Belohnung. Eine Million Diamanten und eine bessere Playstation. Vielleicht können wir noch auf geil wartet. So mit Special Effects. Oha. Sinalsoße, der ist. Nicht Kartoffel... Ach, Fisch... Ach, ne, warte. Ich habe es falsch. Kartoffelbrei ist ja Quark. Stimmt. Fischstäbchen ist es. Ihr habt natürlich recht. Quatsch. Fisch... Fisch... Habe ich irgendwie... Wartet mal. So, das sind meine... Das ist die Alex Cave. Das ist die andere. Und das sind Verzauberungen. So habe ich jetzt hier irgendwie noch Verzauberungen für mein Skateboard. Ja, hier Pedaling haben wir. Inertial. Weiß ich nicht genau, was das ist. Pedaling. Aber es sind zu viele Verzauberungen. Hier ist nochmal Pedaling. Inertial ist, glaube ich, auch... Warte mal. Ich kann hier machen. Add one a skate. So, Inertial ist das eine... Ja, Inertial ist auch eine Verzauberung für mein Skateboard. Ich will mir halt so ein OP-Skateboard machen. Wisst ihr? So mit besten Verzauberungen ever. Deswegen bereite ich das hier schon mal ein bisschen vor, mal für ein Video. Aber das ist... Da brauche ich halt eine Menge Verzauberung, ne? Habe ich denn jetzt hier Inertial? Nicht doof? Schutz, Dorn, Schärfe, Inertial 3 und Flamme. Da sage ich nicht no. Ja. Äh... Bup, bup. So. Oh, das wird richtig... Das wird... Ach, hier ist Inertial da. Sie hatten es schon im Inventar. Pedaling 3 ist auch. Perfekt, so. Gui! Das ist meine... So, das sind genau die Alex Caves-Dinge. Das ist meine Verzauberungskiste. Äh... Und ich würde sagen, auch Special-Buchkiste. Und ich würde sagen, auch Special-Fotokiste. Da haben wir direkt alles in einem, würde ich vorschlagen. So. Perfekt. Dann haben wir hier alle Erze. Eisen müssen wir noch hier burnen. Das hasse ich an Lava, ne? Lava ist natürlich praktisch, weil... Du musst dich jetzt nicht um Kohle und so kümmern. Aber das, was an Lava richtig kacke ist, ist... Ich hoffe, ihr habt es trotzdem gecheckt. Ähm... Was war hier in diesem Slot? Keine Ahnung, hätte ich gesagt. Wir brauchen auf jeden Fall noch Papier. Ah, das ist... Ja gut, das ist ein Beweisfoto, das Freaks das gemacht hat. Müssen wir natürlich geheim halten. Das heißt, das tun wir nicht in die Kiste. Papier. Äh... Wir haben kein Papier. Aber können wir machen für die Kamera, wisst ihr? Ja? Wir haben doch selbst Zuckerrohne ohne Ende. So. Easy hat die Haustiere entführt. Ja, ich weiß nicht, ey. Gott, der hat da eine Mob-Farm unter seiner Mülltonne, Alter. So, jetzt hier. Zack. Zack, zack. So, Papier tun wir rein für die Kamera. So. Gut. Schön die Kisten sortieren, Leute. Ist auch wichtig. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Amethyst auf jeden Fall. Wir haben Beton. Kommt hier hin. Wir haben noch mehr Beton. Kommt hier hin. Wir haben mal weißen Beton. Aber weißer Beton haben wir eine extra Spalte sogar. Knochenblöcke ist ja irgendwie eher ein Mob-Drop, würde ich sagen. Ulrike mit der Mitgliedschaft. Und Aileen mit 2 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. So. Und wir haben Braunbeton. So. Okay. Wir haben Holz. Slimes im Mob-Drop. Ah, warte mal. Genau. Wir wollten Flo noch seine 5 Slime wiedergeben. Bevor ich es vergesse. Und Enderparen sind auch im Mob-Drop. Jetzt haben wir echt die Kisten eigentlich relativ schön sortiert, muss ich sagen. Ich bin nur zufrieden. Sieht gut aus. Artefaktshop wird knallen, Alter, sage ich euch. Also, schön aus. Okay. Dann gehen wir kurz zu Flo. Und liefern ihm mal seinen Slime zurück, den ich ihm am Anfang geklaut habe. Also, ich habe nur einen geklaut. Leute, snitch doch nicht bei Easy. Was ist denn los? Was ist denn da los mit euch, Snitcheronis? Ach, der hat ja die Kisten eingebaut. Oh. Hat der irgendwo... Ja, hier, komm. Da. So, 5 Slime, bitte. In der blauen Kiste. Könnt ihr Flo schreiben. Zack. Da, da, da. Man, alle schreiben, jo, da, dies und Codes für Kisten und so. Leute, hört doch auf zu snitchen. Was soll das? Kannst du mal jeden Block im Dorf mit einer Nuke eintauschen? Bro. Nukes sind teuer. So, weiß ich nicht. Mach im Haus aus Projektoren. Ist auch arschteuer, Alter. Weiß ich nicht. So. Genau. Fleisch. Ja, die Kiste ist halt voll. Das nervt ein bisschen. Aber hier, Alter, das braucht ja kein Schwein, Alter. Wirklich. Das, ja gut. Das ist halt ein Special Block. Aber so gesehen, das ist auch nicht so wichtig. Muss mal ein bisschen was hier gegen den Stacheldraht schmeißen. Weg, 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 weg. Das ist Holz. So, aber das muss halt trotzdem, naja, okay, wir müssen das Haus halt drumherum bauen, okay. Passt das jetzt so vom Haus her? Ja, ich muss das hier, muss auf jeden Fall verschoben werden. Die Frage ist, wo mache ich das hin? Oder ich mache so einen, nee, warte, ich mache so einen Raum, so einen Gottesanbeterraum oder so einen Teufelanbeterraum. Dann kann ich das stehen lassen. Das ist, glaube ich, klüger. Aber die Kisten müssen hier safe werden. Auch da kriege ich zu viel, wenn ich das sehe. Boi, oi, oi, oi. Warte mal, wir können ja die Kisten schon mal rübertragen. Weil wir machen ja eh unseren Hut-Shop hier. Dann mache ich aber Plagegeist-Modus. Wir werden hier neben Ryan's House bauen wir einfach auch einen Shop. Und... Ich habe eine richtig geile Idee. Wir machen da ein Custom-Image hin. Man kann ja so Custom-Images machen. Und da machen wir so einen Pfeil nach links. Und da schreiben wir drunter irgendwie sowas wie... Ich weiß noch nicht haargenau, aber irgendwie sowas wie... Wir sind besser oder so. Leute, jetzt. Ich habe einen Auftrag für euch. Wer von euch kann gut zeichnen? So malen zeichnen. Wer kann das von euch? Hallo? Übergeleckt irgendwie. Ich pack das wieder. Ja, viele schreiben ich. Okay. Folgende Aufgabe. Es gibt ja so Custom-Images. Das habe ich ja... Ihr erinnert euch, hier unten im Bunker hatte ich ja auch die Bilder von Ebro, Easy und Delina. Beziehungsweise habe ich immer noch. Okay. Das heißt, ich kann ein Bild von euch, was ihr gezeichnet habt, kann ich in Minecraft-Freunde... platzieren. Das sieht man dann. Okay. Ihr könnt mir auf Instagram per Private DM das Bild schicken. Oder... Oder... Oder wie sonst? Ich weiß ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit. Aber ich glaube, man kann da nur irgendwie eine... Man kann da nur eine Nachricht schreiben. Das heißt, könnten manche vielleicht stressig sein. Vielleicht per E-Mail an die Business-E-Mail. Also macht mal Instagram. Das sehe ich safe auch. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, weil ihr vielleicht geblockt seid. Also man kann ja irgendwie nur eine Nachricht schreiben, bevor die Person geantwortet hat. Oder irgendwie so. Es gibt also ein Sicherheitssystem. Ähm, dann könnt ihr auch an die Business-E-Mail machen. Äh, ein gemaltes Bild von euch. Das muss quadrat... Das muss quadratisch sein. Ähm... Also, ne... So breit wie hoch. Quadratisch. Bumm. Und ich will ein Logo für meinen Shop. Okay? Ein Logo für meinen Shop. Muss gezeichnet sein. Quadratisch. Und wie ihr es schickt, habe ich ja gesagt. Und das, was mir am meisten gefällt, nehme ich und packe das in... Ähm... In... Ähm... Also packe ich auf den Shop. Okay? Also werfe... Aber wie gesagt, ihr müsst schon können. Also wer von euch jetzt da eh jetzt nicht so gut ist, also... Ich meine, ihr könnt auch folgende Taktik probieren. Wenn ihr nicht gut könnt, dann probiert lustig. Lustig ist auch drin. Sag ich. Wie soll der Shop heißen? Das ist eine wichtige Frage. Stimmt. Weil da muss ja der Shop-Name draufstehen. Und da seid ihr jetzt gefragt. Wie nennen wir den Shop? Wir haben Hüte und Artefakte. Das ist H und ein A. Ben... Ich brauche Ideen, Leute. Sniper-Hut-Shop? Nee. Hut-Waffel? Nee. Glatze? Oh, Glatze wegen Hut ist big. Glatzen-Shop? Ja? Ben-Sons Glatzen-Shop. Ben-Sons Glatzen-Shop, sage ich. Das könnt ihr draufschreiben. Auf das... Also muss nicht drauf sein. Und als Logo vielleicht... eine polierte Glatze oder ich mit einer Glatze? Wie ich so lächle oder so? Also jetzt relife ich, nicht... Minecraft-Skin. Und dann steht da oben Benzan und unten Glatzen-Shop. Und dann glänzt meine Glatze so. Irgendwie so, Leute. Ihr macht das schon. Ihr habt das schon drauf. So. Das wird wild, Alter. Wirklich. Das wird wild. Das wird wild. Zu Benzons polierter Glatzer, Alter. Da mache ich noch ein Restaurant nebenauf, Junge. So ein Ding, Alter. So, warte. Okay, alle haben wir da rübergetragen. So. Ja, jetzt sind wir eigentlich ready, das Haus zu bauen, würde ich sagen. Hier sind halt noch alle Kisten. Aber das sind auch Kisten für Aufnahmen. Das ist alles wichtig. Ja, passt alles. Jetzt die Frage halt. Warte, ich mache mal eine Umfrage. Ich mache mal eine Umfrage für euch. Weil mich würde mal was interessieren. Ähm, welches Haus? Ähm, Oldschool. Also ich mache eine Umfrage im Chat. Oldschool wie Freunde 1. Also so ein klassisches Holz-Stein-Haus. Oder soll ich eine moderne Villa bauen? Voting steht. Was für ein Haus soll ich bauen? Moderne Villa oder Oldschool wie ein Freunde 1. Ich verrate nicht, was ich besser finde. Maxi Media mit der Mitgliedschaft und Robert mit der Mitgliedschaft. Und Alex mit dem 1 Euro, vielen, vielen Dank. Till mit 2,50 Euro, vielen, vielen Dank. Und Ananas Andy mit 2 Euro, vielen, vielen Dank. Äh, macht man eine WhatsApp-Gruppe für Minecraft-Freunde mit News? Boah, nee, glaube ich. Aber ihr könnt, Leute. Äh, ihr habt jetzt zwei Aufgaben. Erstens, lasst mal ein Like auf den Stream da. Okay? Bam. Ach so. Also wie schickt ihr mir das? Also ihr müsst entweder das am PC machen, das Bild direkt. Oder ihr malt es mit Stift und so. Oder, oder, oder Pinsel. Das geht natürlich auch. Dann müsst ihr es aber einscannen. Falls ihr das nicht könnt, könnt ihr euch älter machen. Also jetzt ein Foto schießen davon ist Quatsch. Entweder Real-Life machen und einscannen. Oder direkt am PC machen. Weil mit Foto, na, 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 na. Foto ist Qualität, quatschig. Ähm. Mütze, Glatze, das kennst du? Jörg, das hat immer Kumpel für mich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Boah, viele für moderne Villan, ne? Das überrascht mich. Aber es haben auch nur 2.000 abgestimmt. Also was heißt nur, aber. Kann ich irgendwo sehen, wie viele Mitglieder wir gemacht haben? Das kann ich gar nicht sehen. Das kann ich jetzt am Ende sehen. Das ist auch doof gemacht eigentlich. Leon Ottiger mit 5 Schwäzerfranken. Vielen, vielen Dank, mein Guter. Schau dich schon, äh, schau dich gern und seit 5 Jahren. Boah. Vielen lieben Dank. Die dritte Spende von dir, glaube ich, wird mir hier angezeigt. Vielen, vielen Dank. Leila mit 2 Euro schreibt, modern. Okay. Modern gewinnt auch Big, Alter, mit 73%. Das heißt, wir machen eine Villa. Das heißt, wir machen eine moderne Villa. Okay. Ja. Mhm. Aber passt halt nicht so krass ins Stadtbild eigentlich, ne? Aber okay. Ich mach so den richtigen Prunk-Babber-Villa. Die so gar, ich meine, okay, ich meine, da ist eine Mülltonne. Da ist der Kontrast auch so geil, ne? Die Luxus-Villa neben der Mülltonne. Das ist schon cool irgendwie. Turnschuh-Villa. Ja, ja. Benjamin Langanke, glaube ich, oder? Hat mir Mitgliedschaft verschenkt. Vielen, vielen Dank. Savanna hat Logo und Haus. Ja, Bruder, seit einer Stunde ungefähr. Also es ist jetzt brandneu. Es ist jetzt brandaktuell sozusagen. Ich überlege gerade, was wir jetzt hier noch machen könnten. Weil, also Haus bauen mach ich in einem Video. Das mach ich jetzt im Stream nicht. Mit der Bank-Action, da muss ich auf Fabi warten. Da geht's auch erst mal nicht weiter. Ich hab noch ein Prank für Easy vorbereitet. Aber das wird jetzt auch zu lange dauern, das zu machen. Ich hab außerdem auch noch ein Prank für Gambo. Das mach ich aber auch. Das ist alles Video. Das mach ich alles in Videos. Den Hut-Shop auf. Also den Glatzen-Shop. Da müssen wir auf die Bilder warten. Das mach ich dann auch im Video. Finn Pitsch mit der Beginschaft. Vielen, vielen Dank. Und Artscraft mit 2 Euro. Vielen Dank. Eine Mischung, ne? Eine Mischung könnte auch sein, ja. Was könnten wir noch machen, Leute? Was hab ich so erzählt, was ich noch erledigen wollte? Irgendwas, was man... Irgendeine Fleiß-Sache vielleicht. Vielleicht mehr Artefakte suchen? Nimm Logo als Maskottchen. Nein, nein, nein. Wir machen was eigenes. Aber danke, Vincent, für 2,50. Elina ist wieder aus dem Urlaub da, ja. Haus von Easy abfackeln. Yo, chill. Was ist mit der Bank von Easy? Ja, da hab ich noch was vor. Das Skateboard mach ich auch im Video. Grundstück noch ein bisschen verschönern. Naja, ich baue jetzt hier das Haus. Also viel mit verschönern ist jetzt hier erstmal nicht. Sprenglogos, Mülldonner, Alter, mit einer Diok. Mischung mit riesiger TNT-Kanone zu Easy. Alter, ja. Schwierig. Main-Centrics-Entwicktschaft und Artscraft mit der Spende. Danke, danke, danke. Skateboard-Villa. Baum mit 12 Euro. Vielen lieben Dank, Baum. Aber Baum ist auch ein wilder Name. Es fühlt sich komisch an, Baum zu begrüßen irgendwie. Warte mal, ich weiß, was wir machen könnten. Wir könnten... Wartet, Leute. Lasst mich kochen. Wir können Vladimiro mal zurückholen, wenn wir schon mal dabei sind. Da muss ich in mein To-Do-Dokument. Und da habe ich hier den Namen, den ich gelöscht habe. Verdammt! Ah, doch, doch, doch. Ich habe ihn. Ich koche. Bin am kochen, Leute. So, seht ihr mich? Äh, so. Ne, wartet. Nein, Alter, weißt du nicht. So. Vladimiro. Ja, klar. Ah, nee, das war der Skin. Warte mal. Einfach Zombie-Skin kann das sein. Das ist der Skin. Vladimiro. Das ist der Show-Name. Der muss natürlich auch ein bisschen größer sein. Das ist doch klar. Der ist ja schließlich auch kräftig. Vladimiro. Warte, vielleicht hier. Wir gucken mal. Random. Nee. Nee. Ja, ist geil. Ist geil. Vladimiro, Alter. Ich habe eine wilde Idee. Wartet mal. Ah, wir könnten eine Sache vorbereiten. Das ist auch für einen Prank. Und zwar gibt es einen sogenannten Alarm. Den wollen wir craften, Leute. Den werden wir noch benutzen. Da werden wir auch eine Alarmanlage mit craften. Und das werden wir noch für einen Prank benutzen. Na, mal gucken. Da war ein bisschen was zum Vorlesen. Emil mit zwei Euro. Vielen lieben Dank, Emil. Dann haben wir Sundrop und Moondrop mit weiteren fünf Euro. Vielen lieben Dank. Wie kann man den Server hosten? Es gibt verschiedenste Anbieter. Also, ich mache das ohne die Anbieter. Aber ich muss ja die Umfrage beenden. Moderne Wille hat auf jeden Fall gewonnen. Da gehst du einfach mal. Es gibt so G-Portal zum Beispiel. Ist ein guter Anbieter. Kannst du G-Portal gehen, bezahlst du zwei Euro oder so. Oh, drei Euro und dann hast du dann zwei Euro. Aber es ist ein bisschen kompliziert auch. Chiara mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Vielen Dank, Chiara. Lieb von dir. Bau mit weiteren 2,50. Mein Sohn und ich lieben deine Videos. Sehr, sehr lieb. Danke, 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 danke. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Stream. Und wir haben Finn Pitsch mit weiteren 2 Euro. Seit sechs Jahren. Also, vielen Dank. Sechs Jahre. Aber jeder ist sechs Jahre dabei. Das finde ich irgendwie ein bisschen sass, muss ich ehrlich sagen. Weißt du nicht, ob das so stimmt? So ein Notenblock. Das ging doch mit Redstone und Holz. Okay, ich habe leider massivsten Holzmangel. Aber kriegen wir einen. Redstone brauchen wir ein. Dass ich jetzt hier gerade keine Werkbank mehr habe, ist ein bisschen dumm. Also, hier muss noch so lange eine Werkbank. So. Redstone-Lampe. Boom. Das sind übrigens die Sachen aus der Magnethöhle, was ich euch vorhin erzählt habe. Magnethöhle freue ich mich sehr drauf. Da kann man eine Schwebebahn sogar machen. Das ist echt geil. So. Wir wollten aber den Alarm craften. Das geht mit verstärktem Glas. Okay. Aber das sind Glasscheiben, glaube ich. Lass mich mal kurz kochen. Eine Spende. Dann machen wir mal hier. 16. Dann brauchen wir den Blockverstärker. Hier. Es gibt... Leute, kennt sich einer von euch mit der Mod aus? Security Craft. Es gibt ja verschiedene Level an Blockverstärker. Ich kann euch das mal zeigen. Alter, was geht hier ab? Kartoffelsohn mit 2 Euro. Ah, mein Internet ist weg. Oder? Nicht genügend Speicher, um diese Seite zu öffnen. Leute, bin ich noch on? Was ist das für eine Meldung? Out of memory. Okay. Das ist eine Bildermeldung tatsächlich. Kann sein, dass der Stream gleich abkackt, Leute. Wir müssen gucken. Bin ich noch on? Ich glaube, ich bin noch da. Sorry. Bin ich noch da? Okay. Wo war es, warum das gerade war? Ich glaube, mein Arbeitssprecher war gerade voll. Egal. Makro mit der Mitgliedschaft im vierten Monat. Vielen lieben Dank, mein Guder. Wie geht's? Mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Lennart mit 10 Euro. Schau dich echt lange, Ben. Ich würde es nice, wenn du unter der Villa so einen Geheimkellerzugang machst und der Keller dann so mit Holz fetzt. Das ist wie die... Aber das haben die Hexenschwestern ja schon. Wladimiro einfach aus Matrix. Ja, ja. Real Talk. Aber hast du recht. Und Pascaliert mit der Mitgliedschaft. Seth Pikachu mit 2 Euro. Vielen lieben Dank. Neun Jahre. Zeit fliegt, Alter, Leute. Sage ich euch. Und Nick Beck auch mit 2 Euro. Mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So. Okay. Ah, Marco hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Deswegen geht das die ganze Zeit so ab. Ja, genau. Mit diesem Blockverstärker. Ähm, bau einen Jungs, Zeppelin. Oh mein Gott, die Idee ist evil prime. Ähm, genau. Es gibt ja verschiedene Level an Blockverstärkern. Äh, einmal Level 2 und Level 3. Aber Level 1 kannst du doch eh schon nicht zerstören. Also, was ändern die Level 2 und Level 3er, Leute? Weiß das jemand von euch? Das würde mich mal interessieren. So. Wir wollten jetzt aber den Alarmblock craften. Lass mich das mal ganz kurz. Äh. Hier. Alarm. Bopp. Ach, das sind Blöcke. Oh. Ja. Lass mich kochen. Zack, zack, zack. Da hab ich die Scheiben jetzt ein bisschen umsonst gemacht. Aber das ist nicht so wild. Redstone brauch ich. Ich sag euch mal, was das Ding kann. Ähm. Oh, warte mal. Ich hab eine richtig geile Idee, wie wir Logo pranken. Na, warte, da muss das Ding aber näher ran. Ah, warte, da brauch ich einen Blockzerstörer für. Äh. Hier. Du kannst ja mit jedem Sound abspielen, den es in Minecraft hier gibt. Jeden. Jeden. Und, äh, welcher Sound macht einem gut Angst, Leute? Ein Atombomben-Sound. Ah, Logo ist gar nicht in seiner Mülltonne, oder? Ah, warte, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, tatsächlich. Aber wir probieren's mal. So. Jetzt kann man hier rein. Aber da brauch ich, ah, warte, damit ich den Sound ändern kann, brauch ich dieses intelligente Modul. Ähm. Okay, Enderperle, Eisen, Papier haben wir alles. Ein Papier können wir hier rausnehmen. Enderperle können wir hier rausnehmen. Und Eisen nehmen wir hier raus. Und da mach ich mir jetzt das intelligente Modul. So. Äh. Kiara mit weiteren 5 Euro. Ich spende hier mein letztes Geld. Kiara, Alter. Mach ein Rückzieher. Was ist das denn? Letztes Geld? Muss ich ja lesen. Ey, danke. Ähm. Nickback mit weiteren 1 Euro. Artscraft mit weiteren 5 Euro. Ich werd auf jeden Fall Bunker bauen. Also, ihr wollt euch keine Sorge machen. Ähm. Und Lennart mit weiteren 10 Euro. Baut das Stargate unter der Villa. Nee, nee, nee. Also, unter der Villa werden wir nicht machen. Ähm. Wir werden aber das Stargate, glaub ich, als Stadt Obsidian-Portal machen. Das werden wir euch machen. Äh. Easy Class. Ah, dich kenn ich ja schon. Dich könnt dich eigentlich im For Real zum Moderator machen. Wie soll der Shop heißen? Ähm. Äh. Was hatten wir gesagt? Äh. Oh, was war denn der Name? Nochmal. Ich hab's schon wieder vergessen. Äh. Irgendwas mit Glatze. Ähm. Bensons. Bensons. Äh. Oh, ihr wisst das doch. Ich will jetzt nichts falsch zu sagen. Ihr wisst das schon. Aber ich hab's ehrlich gesagt selbst vergessen. Bensons Glatzen-Shop. Eine Spende. Bensons Glatzen-Shop. Ich bin den Namen so geil, Alter. Bensons Glatzen-Shop. Wenn das zu lang ist für das Logo, was ihr malt, dann macht er einfach Bens Glatzen-Shop. Okay? Geht auch. Easy. So. Also, jetzt machen wir hier das intelligente Modul rein. Äh. Ah, warte. Da brauchen wir aber den Block-Modifizierer. Wir modifizieren ja schließlich den Block. Ähm. Äh. Ah, hier. Universale Block-Modifizierer. Da haben wir's. Eine Spende. Jewels mit 2 Euro. Oh, alles Gute zum Geburtstag, Jewels. Meine Güte, ey. Äh. Lennart mit der Mitgliedschaft. Dankeschön. Äh. Lennart mit weiteren 10. Achso, nee, das hab ich schon vorgelesen. Ich bin wuff. Und Artscraft. Wie wird der Moderator? Ähm. Einfach da sein. Ich muss deinen Namen wiedererkennen. Ähm. Ja. Nee, Logos gequittet. Na gut, dann behalten wir das für das Video vor. Aber ich kann's euch ja schon mal zeigen auf Secret-Megret-Basis. Äh, wir modifizieren. Machen das schlaue Modul rein. So. Reichweite kann man einstellen. Man kann die Leute sehr, sehr hoch stellen. Na, aber das ist jetzt nicht so wild. Und jetzt kannst du hier reingehen. Und kannst zum Beispiel Alex. Ja, man kann irgendwie nur drei Buchstaben. Irgendwie noch zwei sogar. Das ist irgendwie buggy. Alex Cave. Und jetzt wollen wir. Na gut, jetzt müssen wir rauskriegen, wie der Sound. Ich kann jeden Sound hier. Das sind irgendwelche Sounds. Zum Beispiel. Na gut, hier. Geothermaler Schlot. Bubbles. Ist ein bisschen leise. Hört ihr? Ich kann ein bisschen lauter machen. So. Hm. Du kannst jeden Sound hier reinmachen, den es in Minecraft gibt. Hier. Oh. Bomb. Nuclear Explosion. Explosion. Okay, das ist geil. Was ist denn Optionen? Ah, kann ich hier. Und wenn ich jetzt hier drücke. Oh, ich habe nicht gespeichert. Oh, ich vollidiot. Mann, ey. Wartet. Ich habe nicht auf Speichern, glaube ich. Äh. Nuclear. Ex. Nuclear. Was ist das? Was ist das hier? Okay, das ist überlangweilig. Äh. Hier. Zack. So. Okay, ich muss länger machen. Wartet. Das geht jetzt nur so kurz. Ich muss mir einen Hebel, glaube ich, machen. Ich brauche einen Hebel. Lass mich einen Hebel machen. Äh. Mann, ich brauche einen Bruchstein. Ist ja für die Wissenschaft, oder? Was hat denn da für Blöcke drunter? Kupfer, Alter. Ähm. Zack, zack. Ey, damit kann ich so einen geilen Prank machen. Ich kann halt einfach einen Atombomben-Explosions-Sound abspielen. Das ist schon geil, oder? Damit können wir schon Leute gut Hops nehmen. Da können wir eine richtig geile Folge mitmachen. Real Talk, ey. So. Aber ich kann halt jeden Sound da abspielen. Creeper. Warden. Irgendwelche nervigen Sounds auch einfach. Es muss halt Minecraft sein, logischerweise. Also ich kann jetzt hier nicht einfach irgendwelche Songs abspielen. Das geht jetzt natürlich nicht. Aber, ja. Ähm. Kiara mit einer verschenkten weiteren Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Und Anonymous mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Dankeschön. Äh. Ja. Wie soll ich den Chat eigentlich zweimal auf jetzt gerade? Auch wild. Nimm die Atomsirene. Naja, kannst du natürlich auch machen. Klar, ist auch cool. So. Das machen wir aber in dem Video da nochmal weiter. Das ist geil. Äh. Also ich will jetzt kurz Logos Ding da reparieren, was ich gerade Brokey gemacht habe. Brokey Mokey. Gut. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Wir haben viel geschafft. Wir waren gut produktiv. Ich habe euch coole Sachen gezeigt. Wir haben mit Logo ein bisschen gequatscht. Muss sagen, mir hat der Stream sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Ich hoffe, euch auch. Ähm. Und lasst auf jeden Fall jetzt nochmal ein Like da. Ihr könnt in der Videobeschreibung, äh, oder alles, wenn ihr noch nicht in der WhatsApp-Gruppe von mir seid. Das ist eigentlich immer ganz geil, da am Start zu sein. Dann einfach mal, ähm, Bangs bei WhatsApp suchen, bei den Gruppen. Dann könnt ihr da rein. Wir sind jetzt 68.000 schon. Vielleicht knacken wir heute 70.000. Das wäre ganz geil. Äh. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Geht in die WhatsApp-Gruppe. Genau. Ähm. Ähm. Und, äh, dann würde ich sagen, ihr könnt, äh, heute Abend mit dem Among Us-Video rechnen. Ne? Gamerin nochmal mit 20. Uuuuh. Auf letzten Drück. Oh, vielen, vielen Dank. Äh, sehr korrekt von dir. Ähm. Ich kann, also der Support heute war babbarmäßig, Alter, kann ich gar nichts gehen machen. Das, 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 dieser Stream wird eine Stunde später als Video, circa 14 Uhr wird der als Video verfügbar sein. Das könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ansonsten einfach die Freunde-Folge von gestern oder die Minecraft-Folge von gestern, was auch ein sehr geiles Video war, äh, und, ähm, ja, Artscraft nochmal mit 2 Euro. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eileen nochmal mit 1 Euro. Macaroni mit der Wirtschaft. Ich hoffe, 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 hier rein. Ähm, genau. Würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns dann heute Abend, 18 Uhr beim Among Us Video, würde ich sagen, okay? Haut rein, Leute. Euer Ben Son.